Ist das prüfungsrelevant? Ey, na selbstverständlich. Okay, shit. 4 Stunden für 250 Fragen und eine Minute pro Frage. Also, alles was ich beantworte, alles was ihr da seht, sind alles von euch gestellte Fragen. Okay? Wenn's Blödsinn ist, dann war's euer Blödsinn. So. Also, fangen wir an. Das ist so einfach die Startseite zu mir. Das war halt Fragen, wie ist der Name, was ist dein Alter, Geburtstag und so. Das ist die erste Seite. Ich dachte mir, ich mach so eine Startseite, wo ich so ein bisschen diese Basic-Sachen... Das wurde gestellt. Also, ja, mein Name ist Elope oder Eugen. Ich bin ganz schön aufgeregt, weiß gar nicht, warum. Ich hab das Gefühl, als würde ich gerade so zum ersten Mal von einer Klasse eine Präsentation halten müssen. Referat. Mein Alter ist 37. Mir gefällt das Foto, danke dir. Mein Alter ist 37. Ich bin, wie viele von euch schon wissen, ich bin in Russland geboren. Kam später her, aber dazu gibt's später auch noch Fragen. Ich wohne in Hannover, Niedersachsen. Das wurde gefragt. Ich dachte, du bist jünger. Nee. Bin nur alt. Das ist doch hier gerade ein Bewerbungsgespräch, oder? Yes. Russland ist keine Stadt. Die Stadt hieß sogar... Immer im Perso steht drin. Wisst ihr, wie die Stadt hieß? Wisst ihr, warum ich früher in die Diskothek nicht reingelassen wurde? Also, ich wurde nicht reingelassen, weil ich aus Russland kam. Aber, ähm, es war halt auch nicht schwer zu erraten. Im Perso steht nicht die Stadt. Im Perso steht nur, ähm, der Ort. Der Ort. Nicht das Land. Es steht nicht das Land. Also steht, ähm, die Staatsbürgerschaft. Ich hab die deutsche Staatsbürgerschaft. Es steht aber nicht in welchem Land, sondern nur die Stadt. Und die Stadt, in der ich geboren wurde, heißt... Yes. Also, wenn man's liest, dann kann man sich schon denken, äh, was für Land das ist. Die heißt... Sowjetski. Come on, Bro! Wie kann denn diese Stadt so fucking obvious heißen, so? Warte mal, die Tür steht immer so. Wo kommst du her? Ah, Sowjetski. Ja, okay, du kommst hier nicht rein. Okay, Bro. Ja. Gut. Die war am Arsch der Welt in Sibirien. Und, ähm, in meinem Perso steht es halt auch so eins zu eins auch drin. Ähm, gut. Und ich hatte einen Kumpel, ich hatte einen Kumpel, der kam auch aus Russland. Juri. Und Juri war geboren in einer Stadt in Russland, die hieß Freistadt. Und dann gucken sie bei Juri so, ach, Freistadt, ja, komm rein. Ich denk mir so, du Penner! Du kommst noch weiter aus dem Osten als ich, so. Aber gut. Es ist halt, äh, meine Stadt war vielleicht dann auch ein bisschen zu obvious. Äh, anyway. Äh. Hast du einen deutschen Pass? Ja, klar. Frage hinterher im Sprache. Nein, nein, ich hab die deutsche Staatsbürgerschaft einen deutschen Pass. Freistadt ist auch in Österreich. Ja, auch in Deutschland gibt's ganz viele Freistadt, äh, und so. Ja, ja, ja. Sowjetskolle am Arsch der Welt. Ja, ist es. In Sibirien. So, meine Schuhgröße ist, äh, sogar ziemlich normal. Ich hab eine Schuhgröße von 46. Und ich bin zwei Meter groß. Also ich hab eigentlich ganz normale Größe. Da kam nämlich auch die Frage, wo kaufst du deine Schuhe? Weil ich so groß bin. Aber ganz normal, wo alle. Also, meistens bei Zalando. Ich hab 46. Und ich hab noch alle 10. Alle 10, 10. Yes. Wie bekommt man eine deutsche Pass? Frage für 1,50 Meter breit Italiener. Ja, bei mir war's durch die Geburt. So, und Foto, hab schon gesagt, hat euch gefallen. Finde ich auch. Das ist mein Foto. Das ist mein Profil. Das bin ich. So, wie ihr mich kennt. Yes. Und jetzt, äh, das war so die Startseite einfach, äh, für euch, äh, zu mir und, äh, meinem, ja, meinem, wer ich bin. Und jetzt gehen wir auf die Fragen. Und jetzt werden wir ganz viele, ganz viele Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Wie gesagt, die Fragen sind ein bisschen zwischen, einfach so random irgendwas. Und manchmal auch ein bisschen, ja, tiefer, sag ich jetzt mal. So, beides. Gibt's den Beweis für die 10? Keine Fußbilder, ist verboten. So, also, fangen wir an. Und ich werde viele Fragen, glaub ich, mal schnell abrattern. Und bei anderen werd ich länger quatschen. Was heißt Edo-P? Ich glaube, viele von euch wissen das schon. Ich dachte früher mit, glaub ich, die Geschichte schon 20 mal zählt, als ich so Warcraft 3 und so gespielt hab, im Alter von, keine Ahnung, wie alt war ich da, 14, 15, hab ich immer Hip-Hop gehört. Und ich dachte, Dope ist cool. Also, wie das, wie das Dope zum Kiffen oder Dope sein, bedeutet ja so viel wie, wie cool sein, wie auch immer. Und ich dachte immer, das war cool. Und hieß immer Dope. Und dann, äh, hab ich bei Twitch angemeldet. Und natürlich konnte ich nicht bei Twitch Dope heißen, weil Dope war einfach schon tausendmal belegt. Und deswegen hab ich einfach ein E davor gemacht für Eugen. Eugen, Dope. Und das H, äh, könnt ihr selbst interpretieren. Ob es für Hannover steht oder wie auch immer. Und, äh, daher heiße ich Edo-P. Was passiert hier? Tore, was geht ab? Äh, und deswegen, da kommt das Edo-P her. That's it. Einfach, hat keine weitere Bedeutung. Ich wollte mit 13 cool sein. Und, ähm, ja, gut. Die meisten nenne ich jetzt einfach Edo. So, that's it. Das ist schon ziemlich hell, die Präse, oder? Aber whatever. Ihr sollt ja auch was sein. Du bist sowas von dope. Danke dir, Rithauer. Also spricht man das E-Dope aus und nicht Edo-P. Eigentlich, ja. Eigentlich spricht man das E-Dope aus. Aber nein, ich bin selbst irgendwie, Leute, mal Edo-P gesagt, ich hab Edo-P gesagt. Ich hätte auch ganz klar einen anderen Namen gewählt, hätte ich streamen wollen. Ich wollte ja kein Streamer werden. Ich hab einfach einen Account erstellt, damit ich in einem Chat rumflamen kann, so. Und deswegen hab ich vollkommen drauf geschissen. Im Nachhinein hätte ich jetzt, würde ich jetzt einen Kanal gründen, würde ich komplett einen anderen Namen wählen. Aber whatever, so. Mit 13, ne, ich bin 13 bei Twitch angefangen. Mit 13 in meiner Walk-Lift-Zeit. Gott, anyway. Das ist einfach, wo der Name herkommt. Und ist, äh, gar nicht so special. Mein Lieblingsobst ist... Musste ich drüber nachdenken. Hm. Mein Lieblingsobst ist... Ich glaube, es sind Erdbeeren. Oder generell so Bären. Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren. Bären, ja. Erdbeeren, Erdbeeren. Easy. Lieblingskinderserie, ja? Frage ist schwer. Ist ein bisschen abhängig davon. Kind sein ist eine längere Spanne. Ich hatte so ein paar Sachen, die ich geil fand. Ich fand ganz frühe so Gargoyles geil, Saber Rider geil. Ich fand Pokémon geil. Ich fand... Ich fand... Ich fand Pokémon, Saber Rider, Gargoyles. Ich fand auch sowas wie die Gummibärenbande mega geil und so. Also, es gibt echt viele, ähm... Dragon Ball, hab ich aber gelesen als Manga. Das sind viele, die ich toll fand. Ich glaube, die, die ich am allergeilsten fand, wenn ich einen nehmen muss, wahrscheinlich Saber Rider. Saber Rider ist wahrscheinlich das, was ich als Kind so am meisten, weil ich noch sehr jung war und das so emotional fand. Ich glaube, Saber Rider war nicht so am... am... am sickesten irgendwie. Später war ich nur so ein bisschen älter dann. Oh, Kickers. Kickers waren auch geil zum Beispiel. Also, das waren so die Sachen, die ich geil fand. Wenn ich eine wählen müsste, wäre es wahrscheinlich Saber Rider. Sing das Gornbeer in Dieterfosisch. Mischke Garmien. Mein Lieblingsfleisch? Äh, Rindfleisch. Wie viel Dioptrien? Ich hab kein Dioptrien. Das ist eine Computerbrille, die ich aber auch trage, wenn ich nicht am Computer bin, weil ich mich so dran gewöhnt habe. Ich habe keine Sehschwäche. Ich hab ziemlich gute Augen, aber mir wurde irgendwo eine Computerbrille empfohlen, weil ich zu viel vor dem Computer sitze. Das heißt, es ist einfach nur eine Blaufilterbrille. Ich glaube, der bekannteste Blaufilterbrillenträger ist wahrscheinlich Dalu-Card mit seiner Brille. Und, äh, ich trage die. Ich hab aber keine Dioptrien. Das heißt, ja. Ich brauch's hier eigentlich nicht. Das ist einfach nur eine Blaufilterbrille. Ich brauch keine Brille. Yes. Welche Superkraft hättest du gerne? Ja. Wahrscheinlich Teleportation. Wenn ich jetzt nicht so ne, ne, wenn ich jetzt nicht so ne, äh, warum hattest du die Brille unter anderem auch auf der Gamescom? Auf Gewohnheit, ja. Die Brille, da hab ich mich dran gewöhnt. Äh, einfach danke, Luna. Ähm, ich hab mich so an meine Brille gewöhnt. Ich streame jeden Abend viele Stunden und ich seh mich die ganze Zeit selbst mit dieser Brille. Und es ist für mich ganz komisch, mich selbst ohne Brille zu sehen. Ich hab mich einfach dran gewöhnt, diese Brille zu tragen. Und die steht mir. Und deswegen trage ich sie. Äh, Superkraft ist ne schwere Frage. Also, Superkraft ist so ein bisschen, jetzt mal von den coolen Superkräften. Klar kann ich sagen, so Superman Superkraft. Also, unzerstörbar und verwundbar und kann alles. Ich mein, so ne, sag ich mal, so ne, so ne, nicht so ne langweilige Superkraft. Ich würd dann sagen, Teleportation. Teleportation ist nice. Yes. Ich würd Teleportation machen. Come on, da kannst du immer überall sein. Teleportation, das ist meins. Lieblingsfarbe, Tier, Band, Film, Lied, Buch, das ist viel. Lieblingsfarbe, früher hatte ich mal sofort gesagt, Blau, weil als Kind musstest du ne Lieblingsfarbe haben, das war fix. Ich hab eigentlich, glaub ich, keine Lieblingsfarbe. Ich mag so Blau, ich mag Weinrot, ich mag Orange, ich mag viele Farben. Lieblingstier, hm, weiß ich nicht, die Eule. Lieblingsband, keine Ahnung. Hab ich nicht so richtig. Rise Against oder so. Lieblingsfilm, Bike ist auch ne gute Farbe. Lieblingsfilm, Chat, ihr stellt so schwere Fragen, das ist so schwer zu beantworten. Als Kind ist sowas immer leicht zu beantworten, weil dann ist man so voll polarisiert. Aber wenn du erwachsen wirst, ist es irgendwie alles nicht mehr so leicht. Das gibt doch nicht diese krasse Lieblingssachen. Hardliner, ist was dran. Erste für Musik? Ja, hier ist sehr viel Musik. Ähm, keine Ahnung, Lieblingsfilm. Lord of the Rings ist immer natürlich nice, klar. Ist viel dabei. Ich kann diese ganzen Sachen aufzählen, Fight Club und so, diese ganzen Top Ten Liste so, die jeder mag. Lieblingslied? Wahrscheinlich irgendwas von Eminem. Ich hab früher sehr viel Eminem gehört, ich höre immer noch viel Eminem, aber die alten Sachen, irgendwas von Eminem wahrscheinlich. Und Lieblingsbuch? Ja. Ich kenne keine Bücher. Welche Frage müsst ihr dir selber gerne stellen? Äh, keine Ahnung, das können wir später besprechen. Neue Fragen später. Warum kein Haustier und was wäre die erste Wahl? Kein Haustier, weil keine Zeit für ein Haustier und, ähm, ich allergisch gegen Katzen bin. Wäre ich nicht allergisch gegen Katzen, hätten wir Katzen. Ich kann keine Katze haben, deswegen würden wir uns einen Hund holen, aber für den Hund haben wir nicht genug Zeit und wir holen uns erst ein Tier, wenn wir das auch vernünftig, ähm, ja, wenn wir das vernünftig erhalten können. Ich hole mir kein Tier, nur um, mir, also nur, um mir was Gutes zu tun, wenn, dann muss es dem Tier auch gut gehen. Deswegen haben wir kein Tier. Aber ich hätte gerne ein Haustier und eine Tasche auch. Kannst du ein Pferd reiten? Nein. Magst du warme Süßspeisen? Ja. Riesbrei? Geil. Milchreis? Hammer. Lecker. Lecker. Yes. Du bist was, der ist gegen Katzen? Emotional Damage. Emotional Damage. Äh, ja, warme Süßspeisen sind geil. Kaiserschmarrn auch geil. Ist geil. Ja, mag ich, super gerne. Also vor allem so Grießbrei, glaube ich, ist insane. Obst oder Gemüse, das du nicht magst? Ich mag eigentlich alles an Obst und Gemüse. Ich bin halt super leicht, was Essen anbetrifft. Ich würde Äpfel bei Obst sagen, nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich allergisch gegen Äpfel bin. In rohe Form. Also Apfelkuchen und so, voll geil, weil wenn das einmal warm gemacht wurde, bin ich nicht mehr allergisch dagegen. Aber so ein roher Apfel macht das alles kribbelt. Und Gemüse? Ähm. Gemüse, das du nicht magst. Äh, keine Ahnung. Rosenkohl. Rosenkohl ist okay. Genau, schreibt euch eure Fragen bitte auf. Schreibt euch eure Fragen auf. Können wir am Ende, könnt ihr am Ende stellen. Wenn ich mit den Fragen durch bin, könnt ihr am Ende neue Fragen stellen. Wenn ihr jetzt Fragen zum Kontext habt, dann könnt ihr sie stellen. Aber komplett neue Fragen, äh, bitte zum Ende hin. Dann sind wir, dann switcht wir nicht so hin und her. Ey, keine Ahnung. Mangold, ich weiß nicht, was Mangold ist. Fenchel. Jo, Fenchel ist scheiße. Fenchel. Next. Hast du jemals Musik gemacht? Nein. Ich wollte immer mal rappen, aber ich hab's nie gemacht. Ist auf der August-Liste. Ice Tea, Lemon oder Peach? Peach. Immer. Banane mit oder ohne Schale? Tagesform. Dein russisches Lieblingsschimpfwort? Ich mag keine Schimpfwörter. Ich würde dann einfach sagen, Durak. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre es? Ein Horn habe ich schon. Eule. Warum bist du so hübsch? Mach die Brille. Warum nur noch Cap? Und trägst du sie auch im Offstream? Nein, ich trage sie nicht Offstream, außer, ich bin draußen. Also ich trage die Cap nicht zu Hause. Hast du die Frage 11 übersprungen? Kann sein. Ähm, ich träge, hab ich sie übersprungen? Jetzt muss ich's wissen. Ne, hab ich nicht. Obst, ob du mich so nicht machst. Ähm, Cap trage ich, wenn ich draußen unterwegs bin, und Cap trage ich on Stream. Und ich trage sie, dir wurde häufiger gestellt, die Frage, warum trägst du Cap? Du hast doch Haare, weil ich zu faul bin, sie zu machen. Ich hatte mal einen Unfall im März, vor meinem Unfall hab ich nie Cap getragen, und hatte meine Haare immer gestylt, dann hatte ich den Unfall, dann hatte ich nur einen Arm, damit konnte ich meine Haare nicht stylen, und dann bin ich lazy geworden, hab wochenlang immer Cap getragen, weil ich meine Haare nicht machen konnte, und hab ich dran gewöhnt. Und seitdem trage ich einfach Cap, weil ich zu faul bin, meine Haare zu stylen. Yes. Laziness. That's it. Wie geht's dir und deinem Arm? Äh, besser. Ich kann ja nur nicht hundertprozentig bewegen, vielleicht irgendwann mal, ich weiß es nicht. Im Februar werden die Metallplatten und alles rausgeschnitten. Aktuell, ich bin gespannt, heute Nacht am Flughafen werde ich wahrscheinlich piepen, nicht pipi machen, sondern piepen. Bin gespannt, wie die Security, was ihr zu mir sagt, wenn ich heute durchlaufe und voll am piepen bin, weil ich ein halber Robocop bin. Werden wir sehen, was passiert. Jo, Rinhauer, danke dir für den Gift des Avantore. Das ist ganz lieb von dir. Cap ist schlechter Einfluss von Kay. True. Dieser Uhrensohn. Peach-Eistee muss leider meinen Sub kündigen. Wieso? Trinkst du Lemon-Eistee oder was, Tonino? Was ist los mit dir? Hast du am Flughafen ein Röntgenbild dabei? Habe ich auf meinem Handy, ja. Hatte Schrauben in der Hand, Schulter und Hüfte und nach Teilen hat nichts gepiept, war sehr traurig. Bin gespannt. Ich werde berichten im Discord heute Nacht. Du kriegst für einen Flug, wenn du möchtest, ausgestellt so einen Zettel. Wo geht's hin? Nach Kreta, Griechenland. Jörner, Streamer, Cap und Brille zu Standardausrüstung. Kreta, ich hatte mich an die Frage. Trägst du den Bart, der bitte beim Alkoholholen nicht immer den Ausweis zeigen musst? Äh, ja. Und Natascha sagt, wenn ich den Bart nicht trage, bin ich ihr zu jung. Oder so. Tiroler Oberlandler, danke dir für die 29. Wie groß war die größte Pizza, die du je gegessen hast? Ich weiß es nicht. Ich glaube, diese Losteria Pizzen sind recht groß. Ich glaube, es war die größte. Ich habe nie drauf geachtet. Ich war niemals bei so einem Pizza-Wettessen, wo ich eine ganz große, spezielle Pizza gegessen habe. Ich war bisher immer so ein normal Pizza essen. Also ich denke mal so Losteria-Style. That's it. Für Peach, there we go, zero K. Danke dir für den vierten. Okay, that's it. Ähm, wie wurdest du so groß? Bist du als Kind in eine Topf voll mit Spinat gefallen und deswegen so sehr gewachsen sind, dass die Vitamine ist? Soll ich mein Gemüse nun auch essen, um weiter zu wachsen? Ähm, ja, ich bin in Russland geboren und Tschernobyl war nicht so weit weg und ich bin 86er Geburtsjahr. Könnte einiges erklären, I guess. Daher, ich glaube, du kannst ja nicht so viel machen. Einfach gesund weiter ernähren oder so. Keine Familienpizza alleine? Doch, mehrmals, aber ist eine Familienpizza groß? Yo, J.O.T. Danke dir für die fünf Gäfte. Zaps, vielen, vielen lieben Dank. Daher, keine Ahnung, Chat. Coincidence? I don't know. Was würde der heutige Edo dem 16-jährigen Edo sagen? In einem Satz. Äh, kauf Google-Aktien. Und zwar ganz viele davon. Ja. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ist das echt wie ein Vorstellungsgespräch, oder? Ich fühl mich, als wäre ich beim Vorstellungsgespräch. Keine Ahnung, arbeitsloser Streamer, wie auch jetzt, I guess. Ich weiß es nicht, in 10 Jahren. Ich bin in 10 Jahren, boah, ich bin in 10 Jahren, bin ich 47 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube am liebsten, einfach, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mit 47 hier sitzen und RimWorld streamen. Ob es dann noch funktioniert, weiß ich nicht. Ich denke, ich sehe dich dann im Biergarten. Das definitiv. Also, eigentlich würde ich so, so altweg. Für einen selbst ist es soweit, aber ich würde eigentlich, mit 47 sehe ich mich hier sitzen und RimWorld spielen. Und vielleicht sogar schon so ein bisschen was von der August-Liste abgearbeitet haben. In 10 Jahren könnte ich vielleicht was schaffen. Aber ich will nichts versprechen. Wie ist es für dich, dich selbst auf Videos zu sehen? Oh, Katastrophe. Hasse ich. Ich weiß nicht, warum ich Content-Creator bin. Ich hasse es, mich selbst zu sehen. Ich denke immer, ich bin mega cringe. Ich rede cringe. Ich rede viel zu schnell. Ich rede nur dummes Zeug. Und immer, wenn ich mich selbst auf Videos sehe, habe ich voll Fremdscham und denke mir so, oh mein Gott, Alter. Was ist das für ein peinlicher Typ? Und dann denke ich mir wiederum, Alter, wie dumm sind die Leute, die dich angucken? Und die mögen das auch noch. Hm. Keine Ahnung. Aber jeder hat einen Fetisch, I guess. Ähm. Ebenfalls true. Um uns besser zu fühlen. Ach, ich verstehe. Um euch besser zu fühlen. Ihr kommt hierher und sagt, oh mein Tag war so scheiße, aber guck dir mal diesen Vollidioten an. Dem geht's richtig scheiße. Nice. Nee, keine Ahnung. Ich muss immer, wenn ich mir selbst gucke, da passt der Begriff wirklich, dann cringe ich so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist immer Gewöhnung. Ich glaube, jeder, der sich selber auf Videos sieht, jeder, der sich selber hören redet, hat im ersten Augenblick so ein Fremdscham-Gefühl, so im Sinne von, es bin doch nicht ich und so und das geht irgendwie vielen so und das muss man lernen und man muss sich sehr häufig selbst angucken. Dadurch, dass ich kein YouTube mache, mache ich es halt nicht. Ich glaube, wäre ich YouTuber, dann cuttest du deine Videos und du guckst ja ganz viel von dir selbst, dann gewöhnst du dich einfach dran. Ich glaube, das ist Gewöhnung und ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Grolos, vielen, vielen lieben Dank für die 22. Ich glaube, man gewöhnt sich einfach dran. Wenn du jemanden zum Essen einladen könntest, egal wen, tot oder lebendig, reale Person oder Kunstfigur, wen würdest du gerne treffen? Glaube, ich würde gerne Stephen Hawking treffen. Yes. Stephen Hawking. Bist du religiös? Nein, ich bin nicht religiös. Also, ich bin, ich bin getauft, evangelisch, ich bin getauft und konformiert und so, aber ich glaube nicht, ich bin nicht religiös. Nein, ich habe es probiert, Chad, aber hat nicht geklappt mit mir und der Religion. Glaubst du an dein Leben nach dem Tod? Warum Stephen Hawking? Weil ich einfach den Menschen Stephen Hawking so, jetzt gar nicht, so bewundernswert finde und so krass finde und es mich einfach mega, mega interessiert, was, was er so zu erzählen hat eigentlich noch so mehr. Ich würde mich einfach gerne unterhalten über den Weltraum, aber dann so und der war das so, ich glaube, der konnte das auch ganz gut so laienhaft auch erklären für mich, dass ich es auch verstehe und nicht unbedingt informieren und daher würde ich gerne einfach mit ihm ein Gespräch führen. Yes, deswegen. Glaubst du an dein Leben nach dem Tod? Nein. Ich glaube, wir werden einfach weg sein. Ich glaube da nicht dran. Glaubst du an Seelenverwandtschaft? Äh, nein. Glaube ich auch nicht dran. Ist das voll traurig, dass ich an sowas nicht glaube? Ich glaube an sowas irgendwie nicht. Ich bin da zu rational für. Ich bin so, naja, Menschen treffen sich halt, Menschen mögen sich aber mögen sich nicht, aber es gibt nicht diesen einen Menschen von sechs Milliarden Menschen, wird es nicht diesen einen geben, der mit dir Seelenverwandt ist. Das sind halt einfach, du triffst Menschen, die dir ähnlich sind und du magst die und magst die nicht und, äh, aber ich glaube nicht so an dieses, von diesen sechs Milliarden Menschen gibt es genau einen und der ist für dich da. Das wäre voll traurig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Menschen triffst, es geht gegen null. Weil du sitzt ja irgendwo in Deutschland und dein Seelenverwandter lebt irgendwo bei den Inuiten, äh, in Grönland und du wirst ihn nie im Leben kennenlernen und das ist voll sad. Deswegen glaube ich nicht, dass es diesen einen Menschen gibt. Es gibt einfach viele Menschen. Es gibt Menschen, die passen besser zu dir oder schlechter zu dir und die lernst du kennen auf, äh, sag ich mal, deiner Reise im Leben und, ähm, ja. Deswegen glaube ich nicht, dass es diesen einen Seelenverwandten gibt. Ja. Es wird auch mehrere Seelenverwandte sein. Ja, vielleicht interpretiere ich das Wort Seelenverwandt zu krass. Für mich ist so diese Seelenverwandtschaft so was, so was, hm, ich wollte sagen, so was, äh, wie nennt sich das? Spirituelles. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, viele Menschen leben nun auf der Erde. Vier Milliarden? Ich weiß gar nicht, viele Menschen auf der Erde leben gerade. Glaubst du an Seelen allgemein? Äh, nein. Ich glaube nicht an so was. Neun? Scheiße. Schon so viele? Ich dachte sechs, sehr gut. Na gut, wir sind wahrscheinlich von sechs auf acht sind wahrscheinlich innerhalb von zehn Jahren gesprungen. Äh, ich glaube nicht an so was wie ne Seele oder so was. Ich glaube einfach, keine Ahnung, wir sind halt einfach ein Lebewesen, wir haben unser Gehirn und wir leben und machen irgendwelche Sachen und dann sind wir tot und dann ist alles vorbei. Voll traurig, aber ich glaube irgendwie nicht an so was wie ne Seele oder wie an so was Spirituelles oder so was. Genau. Aber ja, das ist vielleicht so ein bisschen, wenn was das damit trifft, vielleicht so ein bisschen eher rational, so ein bisschen. Genau. Für mich sind beste Freunde, die man einmal im Jahr sieht und man sich einfach immer versteht, so was wir sehen von an. Ja okay, davon habe ich natürlich auch ein paar Freunde, die ich ganz selten treffe und wenn ich sie treffe, dann ist so, als hätte ich sie erst gestern gesehen. Gut, weiter da. Würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, in den Weltraum fliegen? Ja. Würde ich sofort machen. Ich hätte es mir niemals leisten können, aber ich würde es sofort tun. Wenn ich die Chance bekommen würde, meine einige machen das jetzt sogar schon mit so, keine Ahnung, SpaceX und Co. Gibt es jetzt ja auch mehr die Möglichkeit, weil das alles ein bisschen privatisiert wird, aber ich werde es mir niemals leisten können. Danke dir, Abe. Das ist ganz, ganz, ganz lieb von dir. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Genieß die Zeit. Erhol dich schön. Aber wenn es nur ein One-Way-Ticket gibt, nein, One-Way würde ich nicht wegfliegen. One-Way zum Mars zum Beispiel würde ich nicht fliegen, aber wenn ich einmal hin und zurück, würde ich machen. Ja, sofort. Ohne zu überlegen. Wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, zum Beispiel zur ISS zu fliegen und dort für eine Woche zu bleiben oder so, sofort. Count me in. Aber nicht für immer. Nein, für immer würde ich die Erde nicht verlassen, weil die Erde ist einfach ein ganz besonderer Ort und sowas gibt es halt zumindest in unserem Sonnensystem. Äh, nicht nochmal. Gut, weiter geht's. Wirst du noch einmal Snowboard fahren? Ja, irgendwann mal bestimmt. Wenn mein Arm es wieder zulässt. Wie lang ist dein Schniedel? Äh, pff. Irgendwas zwischen klein und average, I guess. Gibt es etwas, was du bereust? Hm. Ja, dass ich Billiard Green zum Mod gemacht habe. Aber sonst eigentlich nichts. Ich mag so diese, diese Art, äh, des Bereuens irgendwie nicht. Also, was bedeutet bereuen? Jetzt werde ich philosophisch. Man, man, man ist doch irgendwie, man ist doch, also das, was alles passiert ist, macht dich doch zu dem, der du bist. und alles führt dich dann irgendwie zu diesem Punkt, so. Aktuell bin ich glücklich, mir geht es gut. Wenn ich irgendwas bereuen würde und es würde sich ändern, stell dir mal vor, ich hätte, sag ich mal, keine Ahnung, mal eine Ausbildung, meine Ausbildung war damals kacke. Stell dir vor, ich würde es bereuen und sagen, naja, hätte ich mal lieber eine andere Ausbildung genommen. Da hätte ich wahrscheinlich niemals Natascha kennengelernt. So. Deswegen bereue ich es eigentlich nicht, weil alles, was irgendwie passiert ist, hat mich hier hingebracht, wo ich bin. Und ich bin sehr zufrieden, so wie es gerade ist. Deswegen bin ich irgendwie von diesem Konzept etwas zu bereuen. Ich mag nicht Dinge zu bereuen. Genau. Und davon da bringt es nichts. Das ist so Vergangenheit. Das ist halt geschehen und passiert. Und jetzt bin ich so hier, deswegen, ich mag generell nicht so, das sind so Dinge, die du eh nicht beeinflusst. Ganz Dinge, man weiß nicht, ich bereue es nicht, ne? Klar sind Dinge schiefgelaufen und klar ist auch Scheiße im Leben passiert. Ich bin auch hingefallen, hab meinen Arm kaputt gemacht, den ich wahrscheinlich nie wieder ganz bewegen werde. Aber, don't know, es gehört halt dazu. Was für eine Ausbildung war das? Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Aber der Betrieb war ein bisschen überfordert, damit Leute auszubilden. Du würdest deine Brille von einfach an bei Vielmann kaufen. Die ist sogar von Vielmann. So. Hast du das Gefühl, dass du dich mit der Zeit als Person veränderst, seitdem du nicht mehr in einer Firma angestellt bist? Also sowas wie Ansicht, Einschätzung, Herangehensweise bei Problem, Charakter. Ähm. Also ich glaube, ich verändere mich immer und ich hoffe, dass ich mich verändere. Ich hoffe, jeder verändert sich, weil Stagnation ist immer doof. Man sollte sich im Leben immer verändern. Man wird reifer, man macht neue Erfahrungen, man lernt neue Menschen kennen. Das färbt auf einen ab und dann verändert man sich immer. Hoffentlich zum Besseren, hoffentlich zum Guten. Aber ich hoffe schon, dass ich mich verändere. Ob ich jetzt, seitdem ich mich aus meiner Firma raus mich groß verändert habe, ich glaube, ich bin noch ein bisschen relaxter geworden, weil ich einfach nicht mehr den Druck habe von der Arbeit her. Aber sonst, also so klare Beispiele kann ich so nicht nennen, aber ich hoffe schon, dass ich mich verändere, Chad. Definitiv. Und hoffentlich zum Guten. Das war aber eine gute Frage. Aber ich weiß nicht, ob sich in einem Jahr was verändert hat. Nur was ich verändere, bleibt bestehen, ja. Die Doppelbelastung ist weg. Und das, glaube ich, hat mich einfach entspannter gemacht auch noch. Ich glaube, ich war, als ich zwei Jobs hatte, nicht so entspannt, wie ich es jetzt bin. Bei weitem nicht. Und das ist das. Also ich bin jetzt entspannter. Mir geht es besser. Und ich bin ausgeschlafen. Heute vielleicht nicht unbedingt, ich habe Steuern gemacht, aber meistens. Wie bist du zu deiner Gelassenheit bezüglich der Meinung anderer Menschen gekommen? Hehe. Ich weiß es nicht. Was heißt Gelassenheit? Ich bin ja auch nicht immer gelassen. Ähm. Don't know. Ich würde jetzt einfach sagen, dass das Alter, ich glaube, es ist das Alter. Dazu kommen wir gleich nochmal Melting Oxygen. Ich glaube, das ist das Alter. Ich bin mir da Zeit, wenn du älter wirst, wirst du einfach entspannter. Also, ich weiß noch, als Teenager war ich komplett unsicher. Und ich war, ich war wirklich komplett unsicher mit mir selbst. Aber je älter man wird, desto also geht mir zumindest so. Je älter ich wurde, desto zufriedener wurde ich mit mir selbst irgendwie. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich einfach zufrieden bin, so wie ich bin. Es ist okay so, so wie ich bin. Keine Ahnung. Es ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, einfach mit sich selbst okay zu sein. Und das war ich früher nicht. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen, ich glaube, das kommt mit der Zeit so. Gegen mir zumindest so. Ich weiß nicht, es gab jetzt kein, kein prägendes Ereignis oder sowas, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich, so. Ist bei mir auch so im Alter. Ich glaube, das Alter kommt einfach. Wenn du älter bist, wird alles entspannter. Deswegen alle Leute sagen so, oh Mann, ich wäre gerne wieder jung und würde gerne zur Schule gehen. Ich denke mir so, ja, nee, so entspannt war Schule nicht. Schule war voll der Hustle. Schule war auch anstrengend. Und Schule war auch echt scheiße. Und Schule war auch oft, äh, auch mental, sehr herausfordernd. Vor allem so in diesem Teenager-Alter, in der Pubertät und so. Es war sehr viel Struggle. Ich habe das Gefühl, das Leben ist jetzt viel entspannter, als es als Kind war. Deswegen, dieses, in der Schule war alles besser, so zur Schulzeit, nee, so sehe ich das nicht. Deswegen, jetzt ist es halt viel entspannter. Die Gelassenheit kommt so ein bisschen, glaube ich, auch mit der Erfahrung, was ja klar ist. Hey, Lohnes, ja, was hab ich gesagt. Genau. Verstehe bis heute nicht, weshalb Leute sich die Schule zurückwünschen. Ja, Schule war, Schule ist Krieg. Das ist was dran, ja. Darkmood bei der PP, ja, ja, ich hätte vielleicht Darkmood wählen sollen für euch, Chat, aber ihr seid ja wach bleiben. Wie schaffst du es, immer so lieb und glücklich zu sein? Halt die Fresse. Ähm, nee, keine Ahnung. Was heißt lieb? Bin ich immer lieb. Manchmal bin ich auch fies. Und manchmal bin ich auch nicht glücklich. Aber generell, ich glaube, dass die Frage darüber passt gut dazu. Genau. Du lebst unseren Traum. Ich sitze, ich sitze zu Hause und spiele Computer und davon kann ich leben. I guess, das hilft, dass es mir gut geht. Irgendwie schon, ja. Ich meine, ich hätte mich schlechter treffen können. Ihr habt mir das irgendwie so ermöglicht. Ich sitze abends und erzähle gerade Leuten irgendwelche Sachen über mich und die Leute interessieren sich für mich. Das ist auch ein gutes Gefühl. Also vielleicht ist es das, was mir auch hilft, irgendwie glücklich zu sein. Ich meine, das ist ein wichtiger Teil, dass du das, was du tust, beruflich tust, dass dich das glücklich macht. Weil der Beruf nimmt den Großteil deines Lebens ein. Ist einfach so. Du verbringst mehr Zeit im Büro oder in deinem Job als mit deiner Familie oder deiner Freundin oder wer auch immer. Und wenn dieser Faktor dich unglücklich macht, dann ist es sehr schwer, das zu kompensieren und glücklich zu sein. Und ich habe halt das Glück, dass das, was ich mache, mich glücklich macht. Das ist mein Hobby. Ich habe mein Leben lang Computerspiele gespielt, seitdem ich denken kann. Und jetzt kann ich davon leben. Ich meine, living the dream, I guess. Und das hilft mir natürlich, weil der Faktor Arbeit ist in meinem Leben gerade ein sehr positiver. Und das macht natürlich das gesamte, die gesamte Mood, das gesamte Mindset natürlich um einiges positiver auch. Yes, yes, yes. Ich habe jeder ganz niemals angepisst im Streamer-Leb. Das war schockierend. Auch jeder hat mal. Auch ich habe mal schlechte Tage, Leute. Da müssen wir Natascha fragen. Auch ich bin nicht immer. Ich bin da manchmal auch schlecht drauf. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber es ist okay. Ist auch in Ordnung. Ich habe alles ab 31 verpasst. Es ist aber im Wort. Es ist alles im Wort und es kommt auch auf YouTube. Viele Zuschauer haben über die Jahre eine gewisse passive Vertrautheit zu deiner Person aufgebaut. Sind aber aus deiner Sicht lediglich Fremde. Was löst der Gedanke darüber in dir aus? Hashtag Promi-Status. Wer hat die Frage gestellt? Ähm. Was löst das in mir aus? Also dadurch, dass ich weiß, dass ihr alle Bots seid, ist das ja fast egal. Ähm. Ist echt eine gute Frage. Was löst das in mir aus? Ich meine, ich meine, so richtig Fremde ist der Chat ja auch nicht für mich. Also natürlich ist das was anderes. Ihr seht mich. Das ist, das ist diese parasoziale Beziehung. Ihr seht mich. Ihr seht, wie ich bin. Ihr seht mein Gesicht. Ähm. Gestik, Mimik, wie ich rede, wie ich meine Gedanken mit euch teile zu meiner Person. Das heißt, ihr kennt mich viel besser, als ich euch kenne. Das ist so. Außer Tore, du Arschloch. Dich kenne ich. Seitdem wir Kinder sind. Ähm. Aber. Es ist halt so ein bisschen klar. Ihr kennt mich besser, als ich euch kenne. Aber es löste mir jetzt irgendwie nichts Schlechtes aus. Ich kenne trotzdem Leute aus dem Chat und trotzdem kenne ich meine Pappenheimer hier. Wenn dann irgendwie so ein Sandmann da was schreibt oder ein Guldi oder ein Laserblum oder ein Duras oder wie auch immer. Ich kenne euch doch irgendwie auch schon. Auf eine andere Art und Weise. Aber ich kenne ja den Chat. Und ich habe auch manchmal Tage, wo dann irgendwie jemand da nicht da ist und ich mir denke, hm, wo war denn heute Guldi? Warum war der denn heute nicht da? So. Es ist so ganz crazy. Du baust trotzdem eine Beziehung zum Chat auf, auch wenn sie natürlich dann vielleicht nicht so intensiv ist wie andersrum. Aber es ist halt, es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und dazu gibt es auch ganz viel Forschung, was so parasoziale Beziehungen anbetrifft. Aber bisher, keine Ahnung, ich habe auch schon viele Leute getroffen auf Gamescom oder auf Festivals und das war immer, keine Ahnung, es waren immer alles geile Leute so. Ich habe bisher nur tolle Erfahrungen gemacht und genau, es ist, ich weiß nicht, in mir löst das irgendwie nichts aus. Ich fühle mich einfach wohl so. Kapi, danke dir für die 43. Und deswegen, ich finde irgendwie, was das angeht, keine Ahnung. Wer hätte man sich einen anonymen Kommentar könnte Ido durchaus schon mal jemanden zuordnen. Es gibt ein paar Kommentare, wo ich hundertprozentig weiß, was ich geschrieben habe. Green Ocean, danke. Naja, das ist schon crazy. Und ich kenne, also keine Ahnung, ich kenne halt meinen Chat. I don't know. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so, als wäre das irgendwie fremd oder sowas. Es ist auch genauso über die Jahre entstanden. Es ist ja genauso, es ist ja auch zum Chat über die Jahre entstanden. Du kennst halt die Leute und du weißt trotzdem, wie sie ticken und du weißt, was sie schreiben und so. Ich meine, über euer Geschriebenes kenne ich euch ja auch. Das zeigt ja auch, wer ihr seid. Natürlich kenne ich euch da nicht so, wie ihr mich kennt, vielleicht mit Namen und Wohnort und Co. Aber ich kenne ja trotzdem eure Art und was ihr schreibt und wie ihr schreibt und also, es ist ja, geht in beide Richtungen auf jeden Fall. Wie schwer ist das, deine doppelte Identität aufrecht zu erhalten, Silo? Bis zu Gamescom war es leicht. Da bin ich aufgeflogen. Glaubst du, was liegt an Community Management von dir oder woran, dass du eine andere erwachsene Community als andere Streamer hast? Ich mache sowas nicht wie ein Community Management oder sowas. Ich manage hier gar nichts. Ich banne ja auch niemanden oder sowas. Ich habe einfach, ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach fucking viel zu langweilig für junge Menschen und ich bin auch zu langweilig für Leute, die treuen. Die kommen rein und denken so, Alter, es lohnt sich nicht mal diesen alten Sack zu treuen und gehen wieder. Deswegen, ich glaube, da dran liegt es. Hier versammeln sich einfach irgendwie Leute, die einfach chillen und abhängen wollen so und das funktioniert. Daniel hast du gebannt? Nee, Daniel habe ich nicht gebannt. Und deswegen, ich glaube, da dran liegt es. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es liegt vielleicht an den Games, man. Ich spiele Indie-Games. Ich spiele halt kein RimWorld oder ich mache halt kein Pack-Opening bei FIFA oder kein Case-Opening bei Counter-Strike oder keine, weiß was ich was, kein Call of Duty oder sowas. Ich spiele halt RimWorld und Project Zomboid und Kenshi und solche Games und Terraria und ich glaube, die Leute, die nach RimWorld suchen, sind einfach nicht die Leute, die halt hier rumtreuen wollen und sowas. Es ist halt einfach, da dran liegt es, glaube ich. Weißt du eigentlich, woher deine Zuschauer kommen? Äh, ja. Sind so, ich würde mal sagen, ich kann es genau nachgucken für den Monat, aber ich würde sagen, so 86% Deutschland, dann nochmal so 10% Österreich-Schweiz und dann nochmal so 4% andere Länder. Hat er uns gerade alt genannt? Ihr seid alt. Nicht mal, wer Pack-Opening beherrscht, sondern nicht mal, wer das. Ich glaube, da dran liegt es einfach. Was war dein alter Beruf? Ich war, ähm, ich habe einen Fachbereich geleitet, einen Fachbereich geleitet für Digitalisierungsprozesse. Also ich habe Realschule gemacht, ich war unfassbar scheiße in der Schule, ich hatte immer, ich war immer versetzungsgefährdet, hatte ganz viele Fünfen, bin nie sitzen geblieben, aber ich war immer versetzungsgefährdet, ich weiß, irgendwann mal ist mein Englischlehrer aufgestanden, hat durch die ganze Klasse geschrien, Eugen, was machst du noch hier? Aus dir wird niemals im Leben etwas werden, geh nach Hause. Das war sehr unangenehm. Da war ich 13 oder so, 14. Ähm, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, die Schule abzuschließen, die Realschule, habe meine Ausbildung gemacht, so eine Fachinformatik Anwendungsentwicklung, ähm, dann habe ich mein Fachabi nachgemacht, dann habe ich Bachelor, Master Wirtschaftsinformatik studiert, Bachelor in Hannover an der Fachhochschule, Master an der TU Braunschweig und dann habe ich angefangen zu arbeiten, erst einfach nur als, äh, ja, Wirtschaftsinformatiker für Digitalisierungsprozesse und dann habe ich später das Glück gehabt, den Fachbereich auch übernehmen zu können und den Fachbereich zu leiten und das war ziemlich cool. Yes. Und dann habe ich alles gekündigt und sitze jetzt hier und spiele Computerspiele und beantworte Fragen. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Aber das war, das war auf jeden Fall so ein bisschen der Weg, äh, den ich so hinter mir habe. Yes. Auf jeden Fall interessant. Dafür brauchst du keinen Master, nee. Wärst du es geschafft von der 5 in Realschule zum Master? Keine Ahnung. Ich habe nie was für die Schule gemacht, also wirklich nicht. Ich habe so ein leichtes ADHS, vielleicht auch gar nicht so leicht, ich weiß nicht, ich habe dich nicht diagnostizieren lassen. Ich habe immer den Unterricht gestört. Ich konnte nie aufpassen. Ich habe geschwänzt, weil ich Diablo 2 spielen musste. Ich musste jeden Tag meine hunderte Mephistorans machen, damit ich auch meinen Schako finde. Ähm, ich habe mir nichts aus Schule gemacht. Ich habe nie gelernt, nichts gemacht, nie ausgaben gemacht. Ich bin so durchgerutscht und irgendwann mal habe ich angefangen, ein bisschen mehr zu machen. Aber ja, Schule war für mich einfach nie wichtig. Mir hat eine Grundschullehrerin gesagt, ich müsste reich heiraten. Scheiße, ich hoffe, du hast reich geheiratet. Ja, schon krass. Ähm, ja, schlechte Lehrer können einen Menschen schon. Es hing mir lange nach, als er das gemacht hat. Also, schlechte Lehrer können einen auch schon sehr beeinflusst in der Kindheit. Hat sich gelohnt, jetzt bist du auf der Statue. Jetzt bin ich auf der Diablo-Statue. Oh mein Gott. Okay, so viel dazu. Politische Einordnung. Äh, puh, ich würde sagen, es ist, aktuell ist es sehr schwer, sich politisch einzuordnen gefühlt. Ich bin nicht so politikaffin und aktuell ist es sehr, sehr schwer. Auf jeden Fall, äh, nicht rechts. Ich bin eher so Mitte-Links, wenn ich das jetzt schon so offen sage. Mitte-Links. Yes. Würdest du dich als Vogue bezeichnen? Ähm, ich mag den Begriff Vogue nicht so gerne. Der Begriff Vogue wird heutzutage sehr als, ähm, sehr negativ, sag ich mal, genutzt. Sehr dieses, äh, keine Ahnung, Get Vogue, Get Broke oder so. Keine Ahnung, Vogue wird auf jeden Fall sehr, sehr negativ verwendet heutzutage. Aber Vogue bedeutet ja eigentlich, wo es herkam, warte mal, ich hab das letzte sogar auf Wiki gesehen, ähm, die Bedeutung im Duden lautet in hohem Maß politisch schwach und engagiert gegen insbesondere Rassismus, äh, Sexismus und soziale Diskriminierung. Wenn das die Definition ist, dann bin ich Vogue, ja, weil ich bin gegen Rassismus, gegen Sexismus und gegen soziale Diskriminierung. Definitiv. Also, falls das die Messdata ist, dann, ja. Dann bin ich Vogue. Weil Rassismus ist scheiße. Und Sexismus auch. Und soziale Diskriminierung ist auch scheiße. Ja, definitiv. Was denkst du, Vogue ist okay. Ich bin auch linksgrünversiffter Gutmensch. Aber ich kann das, Twitter macht mich fertig. Twitter-Politik macht mich so fertig. Ich kann das alles nicht mehr. Was denkst du über die LGBTQ-Community beziehungsweise Transpersonen? Äh, sind alle hier willkommen. Ich, äh, mir ist das vollkommen egal. Äh, I don't give a shit, wie ein Mensch sich fühlt, wie ein Mensch sein möchte. Ich unterstütze alles dahingehend. Wenn jemand sagt, er fühlt sich, äh, nicht wohl in seinem Körper und, äh, er möchte sich wieder wohlfühlen, dann soll er das machen. Ich supporte es. Ich bin, was das anbetrifft. Ähm, keine Ahnung, Leben und Leben lassen. Jeder soll so sein, wie er sich wohlfühlt. Und, äh, die Menschen sind hier auch willkommen und ich, äh, werde ein Teufel tun, da irgendwie dagegen zu sein oder sowas, weil das beeinflusst mich nicht. Es tut mir nicht weh. Und wenn ein Mensch sich nicht wohlfühlt, dann soll er, ähm, ja, das tun, was ihn sich wohlfühlen lässt. Weil, das beeinflusst mich nicht, Leute. Wir sollten weniger gegen sein, sondern eher supportive sein und Menschen unterstützen. Daher, keine Ahnung, mehr Liebe statt Hass, I guess. Stimmt es, dass du in Sibirien geboren bist? Hatten wir vorhin, ja. Wenn das stimmt, erfährst du in Deutschland als Russe Vorurteile? Ich hab die Frage mal zusammengefasst, deswegen sind beide aufgefloppt. Falls du damit einverstanden bist, würde ich gerne wissen, ob du noch Familie in Russland hast und ob du noch Kontakt zu ihnen hältst. Jetzt kommen ein paar schwere Fragen hier. Ich bin auch neugierig, wie du die aktuelle Situation in der Ukraine siehst. Äh, erst mal, Krieg ist immer scheiße. Fuck, Krieg, deswegen Situation komplett ab, fuck. Ich verstehe immer noch nicht, warum da überhaupt Krieg herrscht. Das ist einfach alles dumm. So, komplett dumm. Ich bin komplett gegen Krieg. Gegen jeden Krieg und vor allem gegen den Krieg. Ähm, ja, ich bin in Sibirien geboren, erfährst du in Deutschland Vorurteile? Ähm, als Kind, viele, ja, ich wurde als Kind, daher sind wir schon wieder bei Rassismus, ich wurde als Kind sehr viel gehänselt, weil ich, ähm, ich kam mit sechs, ich war sechs, als ich nach Deutschland kam und ich konnte kein Deutsch und deswegen wurde ich in der Schule, ja, gemobbt, weil ich einfach die Sprache nicht konnte. Kinder können ganz schön gemein sein. Können ganz schön gemein sein. Das heißt, äh, ich hab das halt auch erfahren, so am eigenen Leib, Rassismus, was das bedeutet, wenn du anders bist und, äh, die Leute dann gegen dich sind. Deswegen, weiß nicht, ich finde, wir sollten lieber Leute supporten, die anders sind, statt irgendwie auf sie einzuschlagen. Ähm, daher, ja, hab ich damals und es hat mich ein bisschen die Teenie-Zeit mitverfolgt. Also, es war früher auch häufig, dass ich dann, ich bin mit Freunden sag ich mal, ich bin selber auch Deutscher, aber ich hatte sehr viele deutsche Freunde und dann fährst du in eine Disco, bist so mit 10 Leuten, fährst irgendwie so, keine Ahnung, 50 Kilometer in eine Disco, alle kommen rein und zu dir sagen die, du nicht und du musst deinem Auto warten. Einfach nur, weil du in Russland geboren bist. Und das ist ständig passiert. Ich hatte, manchmal sind wir gar nicht mehr losgegangen, weil wir wussten, wir kommen sowieso nicht rein. Und das war halt ganz klar so dieses, nein, das Rassismus so. Kommst nicht rein, weil du in Russland geboren bist. Und das, das war halt sehr, sehr häufig. Also, ich hatte, bei uns war es immer so 50-50, ob wir in eine Disco oder Club reinkommen oder nicht. Es war immer so 50-50. Es hat aber irgendwann mal aufgehört. Und seitdem, mir merkt man es ja auch nicht an, dass ich aus Russland komme. Und irgendwann mal gab es es nicht mehr. Und ich habe dann, vor allem im Studium wird das alles sehr international. Im Unternehmenskontext war alles international. Dann ist es, dann wurde es irgendwann vollkommen egal, wo du herkommst. Aber so als Kind und so war das, Kind und Teenager, hat man schon viel Rassismus erfahren in der Richtung. Ja, definitiv. Ist eigentlich der Russland-Orig Originalname und spricht man ihn so aus? Ne, mein russischer Originalname ist Genia. Also auf Russisch heiße ich Genia und, genau, und wurde dann, weil das keiner aussprechen kann, eingedeutscht und dann hast du den Namen Eugen gekriegt, der halt ein altdeutscher Name ist. Naja, aber auf jeden Fall ist das Ding, ja, als Kind, Teenager, hat man es sehr gemerkt. Jetzt habe ich das in den letzten, ganz ehrlich, in den letzten 10, 15 Jahren habe ich es nicht wahrgenommen. Das heißt, es geht mir nicht, äh, nicht schlecht oder irgendwie sowas. Also gar nicht mehr. Null. Das Thema Rassismus mir gegenüber spielt keine Rolle mehr, aber als Teenager und als Kind habe ich es krass mitgekriegt. Ja. Hast du den Vaters Namen dabei? Ich habe meinen ablegen können. Nö, habe ich nicht. Sprichst du Russisch? Kannst du schreiben? Ja. Schreiben nur langsam, schreiben, lesen, also lesen, ja, schreiben langsam und sprechen, ja. Greeny, willkommen zurück. Sikora, let's go. Let's go. Ah, Chat ist ja den Lied, ich bin die ganzen Herzchen, aber alles gut. Ich bin heute einfach mal, ich bin heute mal so frei. Wann kochst du uns Pilmeni? Im Kochstream. Ähm, die nächste Frage, ich habe noch Familie in Russland, ja. Ich habe Familie in Russland und aufgrund dieses beschissenen Krieges kann ich meine Oma nicht besuchen. Und das ist sad, weil ich nicht nach Russland kann, denn die Problematik ist, ich bin dadurch, dass ich in Russland geboren bin, habe ich auch die russische Staatsbürgerschaft. In dem Moment, wo ich meine Oma besuche, kann das sein, dass die mich einziehen, sogar zurecht und mich einfach in den Krieg schicken. Das heißt, wenn ich jetzt in den Flieger sitze, zu meiner Oma fliege, können die mich am Flughafen einfach catchen und sagen, naja, du bist in Russland geboren, also du bist doch Russe, können wir eine Waffe in die Hand rücken und mich an die Front schicken. Und da könnte niemand was gegen tun, weil ich habe zwei Staatsbürgerschaften. Bedeutet, ähm, ich kann meine Oma nicht besuchen, seitdem der Krieg ausgebrochen ist. Also meine Oma ist schon sehr alt und ich würde meine Oma sehr gerne besuchen. Und deswegen ist dieser Krieg, kotzt mich noch viel mehr an, weil ich einfach auch meine Verwandtschaft nicht besuchen kann. Und ich war vor dem Krieg jedes Jahr da und habe meine Oma besucht. Und das Mieseste da dran ist, mein Opa ist gestorben vor kurzem und ich konnte, und wir konnten nicht mal zur Beerdigung. So, und das ist halt echt sad so. Es ist so abgefuckt eigentlich. Und du kannst halt einfach nicht mal hin, kannst nicht mal zur Beerdigung, zu deinem Opa. Meine Oma ist da halt so alleine und du kannst halt nicht mal dahin, weil einfach so ein beschissener Krieg tobt. So, come on. Naja, that's life, I guess. Kann man nicht ändern. Chirik, vielen, vielen lieben Dank für den achten. Daher, kannst du einfach nicht ändern. Es ist die Situation, wie sie ist, aber keiner versteht so richtig, warum sie so ist. Es ist einfach, Krieg ist immer dumm. Let's be real. Krieg ist einfach immer dumm so. Menschen dumm. Anyway, alles gut, Chad. Was lieb von euch. Gut. Kannst du die russische Staatsbürgerschaft abgeben? Ich glaube, so richtig abgeben kannst du die nie richtig, wenn du da geboren bist. Ich glaube, auf dem Papier geht das, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob das so überhaupt so möglich ist. Aber ja, die russische Staatsbürgerschaft, Tobias, das interessiert mich nicht so sehr. Also, genau, ich bin hier groß geworden, so. Ich sehe mich, wenn jemand sagen würde, du müsstest dich entscheiden, bist du Russ oder Deutscher? Ich bin Deutscher. Ich bin in Deutschland groß geworden, und so. Ich bin auch von den Werten her und so, bin ich viel mehr deutsch, als ich jetzt russisch bin. Viel, viel mehr. Mit meinem, mit meinem Wertekompass würde ich nach Russland häufig gar nicht reinpassen. Ich habe, ich habe in Russland sehr häufig angeeckt, wenn das um viele Themen geht, und vor allem politische Themen und so was. Deswegen, ich bin vom Wertekompass so, ich bin viel, viel mehr deutsch, als ich, als ich Russe bin. Offiziell Kartoffelprädikat, ja, genau. Genau, Clark H., sehr viel weit. Du kannst Staatsbürgerschaft nicht abgeben, nur deaktivieren. Ja, ja, genau. Du kannst, das wird dann deaktiviert, aber am Ende können sie immer noch sagen, du bist hier geboren, also hast du sie. Anyway, whatever. Anderes Thema, äh, wir wollen jetzt weg von den Sad-Sachen, und wir wechseln. Spendest du manchmal Geld? Wenn ja, an welche Stiftung oder Organisation? Ja, mache ich. Wir haben erst vor kurzem, äh, mit Kate zusammen, ein Seven, ähm, Days to Die Event gemacht, wo wir gemeinsam 20.000 Euro gesammelt haben, mit euch, und, äh, bei unserer 70 Days to Die Challenge, und da hat Kay und ich, obwohl wir gewonnen haben, wir haben gesagt, wenn wir verlieren, spendet jeder von uns 1.000, wir haben, obwohl wir, äh, gewonnen haben, trotzdem jeder 1.000 gespendet. Also da habe ich 1.000 Euro gespendet, und ich, äh, spende eigentlich jedes Jahr was. Ich habe mal an den, ähm, für Katzen haben wir mal gesammelt, äh, für so einen, ähm, ja, Katzen-Tierheim war das, äh, was so von Privatmenschen, ähm, ja, es wurde von Privatmenschen, wurde das, äh, betrieben, und da hatten wir das mit einer anderen Streamerin zusammen gemacht, und haben dort Geld gesammelt, weil sie einfach wenig Mittel hatten, aber sie haben halt viele Katzen aufgenommen, die hat, äh, keiner mehr so richtig aufnehmen konnte, und da haben wir halt dafür auch ein bisschen was gesammelt, und wir haben so ein paar Sachen gemacht, wir haben schon ein paar Sachen gesammelt, on Stream, aber ich habe auch so, für mich auch off-Stream schon für Sachen gespendet. Ich weiß noch die, auch die 7 Days Charity Events zum Beispiel, solche Geschichten, also ja, ich spende auch ganz gerne mal. Und bei dem 7 Days to Die Event haben wir gespendet für die Arche, die Geld sammelt, ähm, für, vor allem in Deutschland, ähm, für Kinder, die sich keine richtige warme Mahlzeit leisten können, dass die Leute, vor allem dass die Kids halt in den Städten, ja, eine Mahlzeit bekommen, so, keine Ahnung, keiner sollte hungrig ins Bett gehen, und das haben wir gesammelt. Und das war geil, Chat, das war richtig nice, wir haben echt viel Geld sammelt, das war cool. Läuft das Steuerrechtlich? Kriegst du die 20.000er Spende von dir? Nein. das lief alles über betterplace.org, bedeutet, jeder von euch hat gespendet, jeder von euch kriegt eine Steuerbescheinigung, jeder von euch kann die selber einreichen, ich hab 1.000 gespendet von mir aus, ich krieg für die 1.000 Euro, sag ich mal, eine Spendenbescheinigung, Kay kriegt 1.000 und die anderen 18.000, das wart ihr, und ihr kriegt das. Das lief alles über betterplace.org, es lief nicht, dass das Geld an mich ging, oder sowas. Also alles komplett offiziell, und kann man auch nachgucken, nachlesen, und fertig. Ich mache keine Spendenaktion, äh, wo ich jetzt das Geld von euch einsammel, und dann so shady, schick das Geld an mich, und ich mache das dann, ganz klar. Nein, was machen wir nicht? Also alles offiziell über betterplace. Tolle Seite, viele tolle Projekte, checkt das gerne aus, wenn ihr es nicht kennt. Warum putzt jemand die Nase? Hatten wir gerade. Äh, Kokain, damit ich lang genug streamen kann. Nein, ich bin, äh, ja, das sind auch meine, meine treuen Begleiter, meine Anti-Allergie-Tabletten. Ich bin Allergiker, Asthmatiker, also ein wahrer Nerd, und ich habe Haustab-Allergie, und das äußert sich bei mir vor allem so, dass ich ständig Schnupfen habe. Ich habe ständig Schnupfen. Alle, die zu mir kommen, sagen immer, also jeder, wenn jeder dein Taschentuch braucht, kommt immer und sagt, ey, Eugen, gib mal ein Taschentuch, weil die wissen ganz genau, ich habe Taschentücher. Ich habe halt, ich habe halt immer Schnupfen. Und also meine Allergien, ich habe, ich bin gegen alles allergisch. Ich war, ich war beim, ähm, beim HNO, der hat einen Allergietest gemacht, vor, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren oder sowas. Das ist ja, Allergietests werden ja heutzutage nicht mehr so gemacht, dass du, äh, so Tröpfchen bekommst, und dann alles juckt, ich wurde irgendwie so gegen 80 Sachen, ich wurde, glaube ich, gegen 80 Sachen oder sowas, wurde ich getestet, und ich war gegen 78 oder so allergisch. Und da hat der Arzt handschriftlich auf dieses Laborergebnis drunter geschrieben, sorry, mit einem weinenden Smiley. Ähm, mein Vorteil ist ein bisschen, es wirkt sich Gott sei Dank fast nur auf die Nase aus. Ich habe nur Schnupfen. Ja, ab und zu, ganz, ganz selten geht es auf die Augen. Aber mir ist fast nur die Nase, und deswegen bin ich so viel am Nase putzen. Ich kenne andere, die haben es, ich bin gegen viel allergisch, aber vielleicht nicht so krass ausgeprägt. Ich kenne Leute, die können zur, ähm, Heuschnupfensaison oder so, die können das Haus nicht verlassen. Die können das Haus nicht verlassen. Die sind komplett, rote Augen am Tränen, bis zum geht nicht mehr. Bei mir, bei mir ist das immer abgefuckt, aber gleich abgefuckt. Frühling ist ein bisschen abgefuckt, aber es geht. Aber ich habe halt immer, durch Haustaub und Co. immer Schnupfen. Ich kenne Leute, die haben auch immer Taschentücher, meist in der Nähe vom PC, aber komischerweise kein Schnupfen. Du meinst jetzt alle aus dem Twitch-Chat, oder was? Ja, deswegen. Hast du mal 8, die 8, die ich den Preis bekommen? Ich kann euch mal die, ähm, ich muss die mal raussuchen, ich kann euch die mal zeigen. Ich mache mal in einem anderen. Ich bin auch an der Ecke und habe vor kurzem ein neues, gutes Medi gefunden. Magst du einen Tipp? Äh, kannst du mir gerne im Discord schreiben, wenn du hast, wenn du hast, Brother Gatto, und kein Ding, dass du wiederholst. Wenn du magst, kannst du mir gerne im Discord mal das Mittel schicken, weil wenn du es jetzt hier schreibst, vergesse ich es eh. Kannst du mir einfach im Discord antickern. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich kann euch gerne mal in dem Stream, ähm, mal das Allergier-Ergebnis mal zeigen. Ich muss es mal raussuchen. Zeige ich euch das mal. Kortison-Haltiges-Nasenspray, hatte ich, ich hatte schon viele Nasensprays. Ich habe auch so einen geilen Inhalat, oder so ein aber das benutze ich heutzutage seltener. Adärisch gegen Sonne ist krass. Im August, genau. Die Allergien wollen alle gleichzeitig die Türen behindern, sie gegenseitig. Das könnte sogar sein, ey. Naja, da kommt auf jeden Fall das Naseputzen her. Kiwi, hallo, hallo. Zitirezin-Placement, let's go. Wobei, das sind, äh, Lorano. Träumst du manchmal, dass du in Project Summit und RimWorld bist? Ich träume häufig von Project Summit und RimWorld. Ich träume nicht unbedingt davon, dass ich in der Welt bin, aber dadurch, dass ich das dann spiele, träume ich darüber. Klar, wenn du viel Zeit mit etwas verbringst, dann verarbeitest du das im Schlaf. Das heißt, ich träume manchmal, dass mein Charakter in Project Summit gestorben ist und ich mega traurig bin und solche Geschichten. Also ja, ich träume manchmal von Project Summit und RimWorld. Welche Streamer schaust du? Recht viele. Vor allem, also ich gucke immer bei den befreundeten Streamern rein. Keine Ahnung, Suki K, Bonjoa, äh, ihr kennt sie alle. Und, äh, ich muss jetzt alle aufzählen, Radlassun und so, ihr kennt sie, glaube ich, alle. Beam, ähm, da gucke ich häufiger mal rein. Am meisten schaue ich wahrscheinlich Hearthstone-Streamer, weil ich immer ganz gerne Hearthstone-Battlegrounds spiele. Das ist so mein Spiel, was ich so off-stream, so ein bisschen am Handy daddel. Und da gucke ich viel Super JJ. Weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht Super JJ. Super JJ und RDU sind so die zwei Streamer, die ich häufig gucke. Ähm, ähm, wenn ich halt einfach nebenher irgendwie arbeite, keine Ahnung, als ich heute Steuern gemacht habe, habe ich zum Beispiel Super JJ geguckt. So. Und das ist halt ein Hearthstone-Battlegrounds-Streamer. Und, äh, ja. Für die, die Rest, die Restlichen kennt ihr alle. Ähm, Crip, Crip gucke ich auch. Toro, ja, Toro ziehe ich zu den Freunden. Hey, Schlucht, die kenne ich, ja. Da sind die Dibble und da sind die Super JJ Emotes. Ja, ich bin auch bei Super JJ, bin ich glaube ich seit 20 Monaten Sub oder sowas. Äh, fühle ich. Okay, let's go. Die habe ich schon mal getroffen auf der TwitchCon in, äh, Amsterdam. So. Ja, ja, Super JJ gucke ich, äh, gucke ich häufig, ähm, tagsüber, wenn ich irgendwelche Sachen mache. Wenn ich tagsüber, wenn ich morgens aufstehe, meinen Kaffee mache, dann läuft meistens Super JJ nebenher, und dann mache ich irgendwelche Sachen. Irgendwelche PoE-Streamer, ja, die kenne ich halt alle, habe ich auch viel geguckt. Aber meistens gucke ich PoE-Streamer nur, wenn ich selber eine Season mitspiele. Also klar, Zizeren, keine Ahnung, Nugi, Steel Mage, ähm, Quinn69, habe ich auch sehr viele Stunden geguckt. Ja. Bin allergisch gegen Kälte ab 20, äh, bricht bei mir der Winter aus. Echt? Aber wie allergisch, das geht's ja nicht so gut, da merkst du das wirklich. So, weiter geht's, Chat. Mit welchen Streamern würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Oh, schwere Frage. Ich glaube, da sind viele, mit vielen eigentlich. Aber klar, also, fällt wahrscheinlich als erstes irgendwie so ein Gronkh ein oder sowas, weil da sich doch das Spielegeschmack oft überschneidet, wenn man jetzt so an die großen Streamer denkt. Ähm, keine Ahnung, fällt mir schwer. Aber ich bin, ich mag alle, mit allen. Wohin würdest du reisen, wenn Zeitreisen möglich wären? In die Zukunft. Wahrscheinlich so, wahrscheinlich so, 100.000 Jahre in die Zukunft. Um zu sehen, was der Mensch alles geschaffen hat. Also, auf einem toten Planeten. Scheiße. Too real. Sad. Ähm, wahrscheinlich aber in die Zukunft. Also, die Vergangenheit interessiert mich da nicht so sehr. Die Vergangenheit kann ich nachlesen. Ich würde gerne die Zukunft sehen. Das würde ich gerne sehen. Du bist alleine, ja, True. Rimwelt im Real Life dann, ja, ja. Matt Eagle 2.0. Aber das würde ich gerne sehen. Wenn das Universum da noch steht, da, das Universum steht noch ein paar Trillionen, Milliarden, Billionen Jahre, so viele Nullen nicht. Die Zahl gibt es ja irgendwie gar nicht. Das Universum wird noch ewig stehen. Ne, ich würde schon in die Zukunft reisen, um das Material zu sehen. Mich interessiert die Zukunft. Sci-Fi. Mich interessieren Raumschiffe. Ich will sehen, dass der Mensch multiplanetar wird und so. Aber das wird wahrscheinlich niemals passieren. Aber das interessiert mich. Deswegen würde ich gerne in die Zukunft reisen, um es zu sehen. Weil ich werde in meinem Leben nicht mehr so viel erleben. Weil die Zeit, in, was das dann betrifft, das sind alles tausende von Jahren. Diese Entwicklung. Und, ähm, wie es, ich hätte später geboren werden müssen. Oh, okay, MCPF. Kälte. Ich mag Kälte eigentlich. Warum nicht beides? Der muss man für eins entscheiden. Wenn du in der Vergangenheit reisen könntest, könntest du mit einer Google-Aktie machen. Ja, aber scheiß auf Geld. Geld ist nicht alles. Mich interessiert eher die Zukunft der Menschheit. Das ist richtig, Laie. Hast du schon Groupies? Nein. Außer Billings Green. Sonst fällt mir keiner ein. Adi, danke dir für den Zehnten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, stimmt auch, Waschimo. Ist was dran. Ne. Nicht, dass ich wüsste. Natalia, du meinst Natascha. Ja, Natascha ist mein größter Groupie. Das stimmt. Brauchst du dir aufmerksamkeit auf der Viewer für dein Ego? Was ist Ego? Was ist das Ego? Ich war mein Fangirl. Du bist doch kein Groupie, Luna. Du bist mein Main-Mod. Hallo? Arbeitskollegen. Bug an, danke dir für die 26. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Aber Groupie, Groupie hat sowas Negatives, oder? Das Ego in Ego. Groupie hat sowas Negatives, finde ich. Persönliche Bestätigung, Selbstwert. Du hast eine Maschine, du kannst öfters reisen. Fände in Zukunft aber auch interessant. Ja, wenn ich öfters reisen könnte, würde ich beides angucken. Chiller, danke dir für die 19. Brauchst du aufmerksamkeit für dein Ego? Für mein Selbstwert? Ne, eigentlich nicht. Ich hatte schon mal ein großes Ego. Ego gleich Ego. Ne, eigentlich nicht. Brauchst du die Aufmerksamkeit der Viewer für dein Ego? Ne, nicht für mein Ego. Also ich genieße es. Jeder Mensch genießt Aufmerksamkeit und das ist auch was Schönes. Von Wiki geklaut. Ego ist Lateinisch, bedeutet ich. In der Psychologie wird Ego definiert als die Vorstellung, die der Mensch von sich hat. Es ist als eine Art Identifikation mit dem gewünschten Selbstbild zu verstehen. Das Selbstkonzept als Antwort auf die Frage, wer bin ich? Also ich definiere mich nicht über den Chat. Ich bin ich. Und ich mag es, dass die Leute mögen, was ich tue. Und ich mag es, dass die Leute mit mir den Content teilen, so Rimworld oder Zomboid, dass man gemeinsam dieses Abenteuer erlebt. Finde ich geil, macht mir Spaß. Aber ich definiere meinen Wert jetzt nicht über die Aufmerksamkeit. Ich bin, ein Streamer ist nicht mehr oder weniger wert, je mehr Aufmerksamkeit er bekommt. Oder ein Mensch generell. Deswegen, also dann hingehend, nein. Ich definiere mein Ego nicht darüber. Aber ich freue mich darüber. Und es bereitet mir, jo, es bereitet mir Freude. Wie stehst du eigentlich zur Cannabis-Legalisierung? Äh, wie war das hier? Merkel, gib Bubatz frei. Bei Cannabis sehe ich keine Problematik, to be honest. Es kifft sowieso jeder. So scheißegal, da kannst du wenigstens äh, steuern damit machen. Äh, don't know. Cannabis sehe ich als, äh, als nicht, nicht schlimmer, was die Legalisierung anbetrifft. Von mir aus kann Cannabis legalisiert werden. Genau. Also, in meinem damaligen Studentenkreis hat einfach jeder gekifft. Jeder. Und das ist einfach so normal. Und ganz ehrlich, in Holland ist das auch normal. Deswegen, bei Cannabis-sichtige Fragen bin ich. Was war das Negativste, was du erlebt hast, wenn du erzählst, dass du Streamer bist? Boah, das ist schwer zu sagen. Also aktuell halt gar nichts. Ich glaube, als ich ganz angefangen habe, neu zu streamen, aber da war ich ja kein Streamer. Aber als ich erzählt habe, dass ich streame, gab es schon den einen oder anderen, der gesagt hat, hm, wird es nicht mal Zeit, erwachsen zu werden? Aber wenn ich das jetzt erzähle, sind alle Leute eher so, boah, ist ja voll spannend. Und das machst du dann hauptberuflich? Das ist ja voll cool. Also die Leute sind eher interessiert und finden das gut, was ich mache. Und sind eher, ja, ja, doch, eher, eher positiv. Also ich habe eigentlich, ich mache nicht wirklich, seitdem ich, seitdem ich, seitdem ich Fulltime-Streamer bin, habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht. Die Leute sind eher so, boah, das ist ja voll spannend und so. Nicht das abwerten, das ist doch keine Arbeit. Nee. Mhm. Von keinem. Also ich habe noch von keinem wirklich so etwas Negatives gehört, der dann wirklich sagt, geh doch mal richtig arbeiten oder sowas. Nee. Aber es liegt vielleicht auch in meinem, mit meinem Umfeld, mit dem ich, ich habe halt nicht so, so negative Leute, die so sind in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld. Es gibt bestimmt die Leute, die sagen, mach mal einen richtigen Job, Stream ist keine richtige Arbeit, bla, bla, bla. Aber solche Menschen habe ich einfach nicht in meinem Freundeskreis. Genau. Die Leute um mich herum sind eher supportive und interessiert und, äh, ja, genau. Daher definierst du Streamen als Arbeit? Also von der Definition her, ja, ich zahle Steuern. Ich habe ein Gewerbe, ich mache was, ich kriege Geld und zahle davon Steuern. Also von der Definition her, ist das ganz normale, selbstständige Arbeit, ja. Arbeit, Kekwee. Seit wann? Kommen wir auch gleich zu, Kiwi. Kommen wir auch gleich zu. Seit einem Jahr. Aber wir werden da auch noch drauf eingehen. Wann gang ich an die Börse? Nächstes Jahr. Im August. Auch mehr an Anliegen ist eine Frage, aber nutze ich aufgrund der Anonymität. Würdest du zukünftig weniger TikTok-Memes verwenden? Das passt wirklich nicht zu dir und deinem Stream. Okay. Ähm. Nein. Es ist eine Frage, und das ist jetzt nicht böse gemeint von mir, wer auch immer sie gestellt hat, alles cool. Ich, ähm, ich meine das jetzt nicht böse, aber es ist, es ist ein, es ist toxisch, jemand anderem zu sagen, was zu ihm passt und was nicht zu ihm passt. das ist etwas, was, was uns oft auch hemmt, Dinge auszuprobieren. Wenn du Dinge sagst, wie zum Beispiel, ein Mensch möchte, hat sein Leben lang, keine Ahnung, fühlt sich nicht wohl in seinem Körper, trägt sein Leben lang schwarze Sachen, dann fängt Mensch an, bunte Sachen zu tragen und dann sagt man, kannst du es bitte lassen, das passt nicht zu dir. Das ist alles andere als ermutigend, sondern es ist eher ein, ein Mensch, weiß ich nicht. Ich mag das nicht und deswegen, gar nicht böse gemeint, aber seid nicht so. Seid nicht so, dass ihr anderen sagt, was zu denen passt und was nicht zu denen passt. Lasst die Menschen sein, wie sie wollen und wenn sie in dem Moment, so wie ich, mal ein TikTok-Meme verwenden, lasst die TikTok-Memes verwenden und wenn Menschen sagen, die wollen sich ihre Haare färben, dann sollen sie ihre Haare färben und wenn sie was anderes tragen wollen, dann sollen sie was anderes tragen. Das ist so, seid eher supportive. Und wenn ein Mensch, ist immer so ganz schwer zu sagen, was zu einem passt und was nicht zu einem passt. Das ist so ein bisschen wie Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn jemand sagt, oh, ich würde gerne was anderes probieren, nee, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das passt nicht zu dir. Keine Ahnung, ich finde das, also mir ist das vollkommen Latte so. Ich werde weiterhin alle Memes verwenden, die ich will, so. Ich kann mal ein Beispiel haben, weiß nicht, war das auf Ice Cream? So, good. Good, girl. War das da drauf bezogen? Wahrscheinlich. I don't know. Whatever. Aber ich mache halt das, was in meinem Kopf schwirrt. So, das mache ich. Das kommt raus, weil das genau bin ich. Das, äh, das, ähm, yes, yes, yes. Das ist genau das. Also, keine Ahnung, wenn das gerade in meinem Kopf ist, dann lasse ich es raus. Ich bin so, wie ich bin. Ich mache das nicht für Attention. Ich mache das nicht, weil ich jetzt irgendwie hipseln will. Ich bin einfach ich, so. Und das passt zu mir, weil das bin ich. Wisst ihr, was ich meine? Und daher ist es immer schwer, wenn jemand mir sagt, das passt nicht zu dir, weil, nein, das ist, das bin ich. Das bin ich, so, deswegen. Und daher, ähm, wisst ihr, was ich meine, Leute? Und deswegen, ich meine das gar nicht böse. Wer auch immer die Frage gestellt hat, so, Liebe, alles gut. Ich, ich verstehe vielleicht, äh, den Beweggrund. Daher alles gut, aber sag nicht den Leuten, was zu denen passt und was nicht zu denen passt. Lass es die Leute selbst entscheiden. So. Gut. Streamer, Beruf oder Berufung? Beides. Warum Red Bull und nicht Monster? Können wir es umformulieren? Das passt nicht zu meiner Vorstellung von dir. Das ist richtig. Das ist okay. Das kann man so schreiben. Es passt nicht zu meiner Vorstellung von dir. Aber das ist dann nicht mein Problem. Ähm, alles gut. Ich, wie gesagt, kein böses Blut. Warum Red Bull und nicht Monster? Monster hat doch Geschmacksrichtung. Oder wegen Bulldozer. Ich weiß nicht, was Bulldozer ist, aber ich habe immer, und Red Bull hat auch Geschmacksrichtung, aber ich habe immer Red Bull getrunken, weil es mir einfach besser geschmeckt hat. Ich fand Monster immer zu süß. Aber ich habe schon lange kein Monster mehr getrunken. Hat jetzt keinen Beweggrund. Genau. Ich bin nicht gesponsert von niemandem von denen oder sowas, aber ich habe irgendwie, habe ich immer gerne Red Bull getrunken. Ganz früh haben wir diesen Billig-Energy von Lidl getrunken, weil wir kein Geld hatten und wir den mit Wodka gemischt haben. Und dann uns immer gewundert haben, warum wir nachts nicht schlafen konnten und hellwach im Bett lagen, nachdem wir 20 Wodka-Energy getrunken hatten. Ähm, yes. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie, ich mochte einfach immer eher Red Bull. Don't know. Aber vielleicht muss ich mal wieder einen Monster ausprobieren. Ich habe ewig keinen Monster mehr getrunken. Vielleicht sind die auch gut. Ich habe in meinem Kopf das Monster immer so super süß. Aber Red Bull ist eigentlich auch süß. Kein Plan. Finger weg von dem Zeug ist alles nicht gut. Das ist richtig. Energy-Drinks sind nicht gut. Und ich versuche auch wenig davon zu trinken. Aber ich habe die Frage mal reingenommen. Äh, generell sollte man nicht zu viele Energy-Drinks trinken. Äh, das stimmt, Mäki, das stimmt. Generell Energy-Drinks nicht so viele trinken. Miomate geil, aber Clubmate noch besser. Aber ich beantworte die Frage. Ich trinke ab und zu mit Bull. Wisst ihr, ich mag es. Aber ich versuche davon noch wenig zu trinken. Übertreib nicht. Über alle im Leben. Einfach nicht übertreiben. Was war dein Panic-Moment als Kind, über den du heute lachen kannst? Ich weiß es nicht. Oh, doch. Das fand ich wirklich peinlich. Ich erzähle es trotzdem. Ich habe einen Kumpel von mir, der liebe Alex. Der hatte, wir haben früher ganz viel Diablo gespielt. Diablo 2. Und ich weiß, es war doch schon ein bisschen peinlich. Ähm, und er hat, Aventuras, danke dir für den Gift, das hat ein Mäki. Er hat, ähm, er hat eine Nova-Sorg für die Diablo-Spieler unter euch. Der hat damals, Diablo 2 Classic noch. Die waren, da waren wir noch Kinder mit ESDN und Internet und so. Und er hatte eine Nova-Sorg. Und mit der Nova-Sorg hat er im Cow-Level, konnte es so schnell sein und so. Und die war Hardcore. Wir haben immer Hardcore gespielt. Wenn ein Charakter stirbt, ist er für immer weg. Und, ähm, dann wollte ich für ihn, wollte ich meinen Gefallen tun, dann wollte ich seine Nova-Sorg leveln für ihn, weil ich hatte immer sein Passwort, er hatte immer mein Passwort und so. Da habe ich mich hier in seinen Account eingeloggt und bin gestorben. Und er hatte voll viel Mühe in seinen Charakter gesteckt. Das war schon so ein ziemlicher Oh-Scheiße-Moment. Und ich bin halt so instant gestorben, weil ich den Charakter nicht richtig spielen konnte. Und er hat echt viel Zeit investiert in diesen Charakter. Und ich habe mich eingeloggt, weil ich dachte, ich hatte irgendwie Bock, seinen Charakter zu leveln. Und bin halt instant gerifft. Das war, das war unangenehm, um das zu erklären. Wobei Alex war dann so, okay, whatever, mach ich halt neuen. Alex hat immer irgendwie einen Scheiß drauf gegeben. Yes. War eigentlich geil so schlimm. Genau. War aber ein bisschen peinlich, ihm dazu sagen, dass ich gestorben bin. Das war ein bisschen peinlich. Aber so richtig peinlich, ich habe keine Geschichten, wo ich mir in die Hose geschissen habe in der Schule oder irgendwie sowas. Weiß nicht, ich erinnere mich irgendwie nicht so richtig dran. Wir haben mal eine Scheune abgefackelt und dann kamen ganz viele Feuerwehrleute und Polizeiwagen und so. Das ist vielleicht auch noch peinlich. Wobei, okay. Da sind viele Dinge passiert. Viele Dinge passiert. Warte mal, wann ist das verjährt? Wann darf ich darüber reden? Warte, wann verjährt das? Nein, die Polizei war da. Polizei hat alles aufgenommen. Die Versicherung hat am Ende auch bezahlt und so. Alles gut. Auch nicht ich habe sie abgefackelt, jemand anderes. Wir haben Party gemacht in einer Scheune. Ich komme vom Dorf, da sind viele Scheunen. Wir haben Party gemacht in einer Scheune und es gab eine benachbarte Nachbarscheune, eine alte Torfscheune. Das waren beides aber alte Scheunen, die nicht mehr benutzt wurden. Und wir haben in der einen Scheune Party gemacht und haben ein bisschen was getrunken und hatten dort ein Lagerfeuer und haben gechillt und so. War es da schon dumm, in einer Scheune ein Lagerfeuer zu machen? Wir waren Kinder oder Teenager. Und dann ist ein Kumpel mit einem anderen, zwei Freunde sind rüber und wollten in der Torfscheune nochmal nach neuem Holz oder sowas suchen und waren so klug und haben sich eine Zeitung angezündet, um damit in der Scheune in der Sachen zu suchen. Ja, ist da nicht so gut ausgegangen in der furztrocknen Torfscheune. Ja, die haben es aber erst spät gemerkt, die haben es gar nicht gemerkt. Die sind dann halt irgendwie, haben sie die Zeitung auf dem Boden ausgetreten oder sowas und dann sind die gegangen und dann hat das Ding angefangen zu brennen und wir saßen am Lagerfeuer und ich war schon leicht angetrunken und dann wollte ich Pipi machen gehen und dann komme ich so raus, stemme ich so in den Busch, dann gucke ich so nach rechts und dann ist so diese Scheune so komplett riesiger Feuer am Ball, so komplett am Brennen und ich denke mir so, wait, so, passiert das gerade wirklich und gleich in dem Moment gehen die Sirenen los. Ihr kennt ja diese Sirenen los und dann so, okay, ich glaube, die brennt wirklich. Ja, und dann kam halt Feuerwehr und Polizei und interessant, die Polizei war sogar ganz lustig, weil am Ende niemandem was passiert, es war komplett dumm, dass das passiert ist, aber niemandem was passiert ist, es war ein alter Scheun, die Polizei war da, Feuerwehr war da, am Ende hat die Versicherung die Scheune auch bezahlt, ich glaube, der Landwirt war auch sogar froh drum, weil die Scheune hat gar nicht benutzt, hat wahrscheinlich noch gut Geld gekriegt dafür und hätte das Ding wahrscheinlich selbst auch abgerissen und die Polizei kam dann an, sind dann so rein in die Scheune, wo alles gut war und dann haben sie so zwei Packungen Pommesbeer genommen, gucken uns so an und sagen so, Beweismittel, haben sie die aufgemacht und gegessen im Auto. Oh, scheiße, ey. Und wir sitzen noch voll panisch und haben voll Angst und die so und dann kamen die Feuerwehrleute, es war auf dem Dorf an einem Samstag und dann kamen die Feuerwehrleute und die Feuerwehrleute alle am Lachen, am Singen, am Pinkeln, die kamen von irgendeiner Dorffete, ich meine, es sind Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr auf dem Dorf, die waren halt selbst irgendwo unterwegs, so klar Einsatz, da müssen sie halt kommen, aber alle halt so voll gut gelaunt, alle, die haben irgendwie Lieder gesungen, als die Scheune gelöscht haben und so ist ja, wie gesagt, keinem was passiert, aber es war schon eine sehr interessante Situation auf jeden Fall. Ja, ja. So. Anyway. Weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Scheiße, wir haben echt noch einiges vor uns. Wird ja der ganze Trubel an uns zu viel, sprich, wenn dich zu viele Menschen treffen wollen oder auf Events oder draußen erkennen, obwohl du eigentlich selbst nur deine Ruhe und Erholung willst. Äh, nee. Alles gut. Alles gut. Ich werde nicht so häufig angesprochen, wenn ich draußen unterwegs bin. Auf Events bin ich dafür da, die Leute kennenzulernen und bisher durchweg nur tolle Erfahrungen gemacht. Wirklich mit dem einen oder anderen auch den einen oder anderen Mexikaner getrunken oder auch mal eine Cola. Äh, der ein oder andere ist ja auch im Chat. Äh, nee. Bisher komplett durch die Bank weg. Positive Erfahrungen gemacht. Wirklich tolle Leute. Daher, nein. Null. Gar nicht. Null. Liebeste Gamer geworden. Bei mir war es der Opa, der mich ja mit Gothic 1 angefixt hat. War das Varion? Er ist jetzt 74. Varion. Und wir haben zusammen bei das Gate Spaß. Das finde ich cool. Äh, mir hat, glaube ich, mein Papa damals einfach ein Sega Mega Drive gekauft. Und dann, ja, war es besiegelt. Ich hatte, keine Ahnung, wie alt ich da war. Acht, neun oder so? Ich habe irgendwann so ein Sega Mega Drive gekriegt. Also ganz genau, kann ich es gar nicht rekonstruieren, aber dann habe ich einfach angefangen und seitdem. Yes. Non-Stop. Äh, gibt es ein historisches Zeignis oder Mythos, dass der dich fasziniert? Profile. Also alleine schon, was wir vorher, als wir vorhin Total War Pharaoh gespielt haben. Ich finde, ich gucke auch gerne Dokus und so. Ich finde das spannend. So alles um Ägypten, Rom, die Azteken, auch China damals und so. Schon ganz, ganz, ganz viele Sachen. Ganz spannend. Aber was ich noch spannender finde, ist eher so Weltraum. Das fasziniert mich wirklich. Wie sieht so ein typischer Tag von dir aus? Wann gehst du schlafen? Wann stehst du auf? Was machst du so den ganzen Tag, wenn du nicht streamst? Ähm, in letzter Zeit gehe ich zu spät schlafen, weil ich jeden Abend noch mit Kay labere. Ich sollte aufhören damit. Das ist eh nicht geistreich, mit ihm zu sprechen. Ich verblöde nur. Aber ich habe mir irgendwie in der letzten Zeit angewöhnt, dass ich gegen 1 Uhr meinen Stream ausmache. Dann esse ich eine Kleinigkeit. Dann quatsche ich mit Kay so bis um 3 Uhr. Dann gehe ich so schlafen. Dann schlafe ich gegen 4 Uhr ein. Dann stehe ich meistens zu früh auf, weil ich zweimal in der Woche zur Physiotherapie muss. Dann schlafe ich zu wenig. Dann fahre ich zur Physiotherapie. Oder ich schlafe halt so bis mittags um 12 Uhr. Dann stehe ich auf. Ähm, ja, entweder, wenn ich keine Physio habe, esse ich was, gehe an den Rechner, erledige so ein paar Sachen, spiele eine Runde Hearthstone, gucke selber ein paar Streams. Wenn ich zur Physio fahre, ja, erst zur Physio, auf dem Heimweg hole ich was zu essen. Und dann gehe ich an den Rechner. Also eigentlich bin ich am Rechner den ganzen Tag. Außer ich muss zur Physiotherapie. Sonst habe ich am PC rum. Gerade. Da kommt irgendwo mal Natascha nach Hause. Dann quatsche ich mal ein bisschen, dann fährt sie zum Sport und ich gehe streamen. Ab und zu gehe ich mal spazieren oder treffe mich mal mit Freunden, aber meistens bin ich aber zu Hause und zocke. Entweder on oder off stream. Yes. Hast du einen vernünftigen Stuhl? Yes, aber ich brauche einen neuen. Der ist einfach schon, fällt auseinander. Der ist schon über 10 Jahre alt. Was ist die Geschichte hinter Übertreibopé? Wenn er etwas länger dauert, dann dauert das 100 Stunden, 100.000 Stunden oder 100 Millionen Stunden. Vor circa einem Jahr kam dann noch die Übertreibungsstufe eine Milliarde dazu. Anstatt von Stunden kann es auch eine Anzahl von Zombies sein. Ist deine Milliarde die Grenze der Übertreibung oder kommt da noch was? Äh, du übertreibst Billionenfach, I guess. Edo, ich bewundere deine absolute ruhige und überlegte Spielweise. Kein auch noch so winziges unerwartetes Ereignis kann dich aus der Ruhe bringen. Du bleibst immer Herr der Lage und verfestigst ihn in Panik. Wie machst du das? Das war's. Wir sind tot. War's das? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Der Run ist vorbei. Oh, oh Gott, oh Gott. What the fuck? GG. Danke. Als du mit Vollzeitstream anfingst, hat dich ein anderer Streamer geärgert. Da ging's darum, wie du irgendwas zu machen hast. Kann man inzwischen leaken, um was es ging? Um wen ist natürlich privat? Ich hab keine Ahnung. Wer hat mich geärgert? War das Matteo? Hab's nicht mitgekriegt. Ich hab diese Frage gelesen und ich hab's nicht verstanden. Also könnt mir gerne privat schreiben, wenn ihr wisst, worum es geht. Ich weiß es nicht. Wer war gemein zu mir? Ich hab's nicht mitgekriegt. Ich krieg manchmal nicht mit, weil Leute gemein zu mir sind. Ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht, wer damit gemeint ist. Und ich weiß auch nicht, was damit gemeint ist. Kein Plan. Wer hat mich denn... Als du mit Vollzeitstream anfingst, hat dich ein anderer Streamer geärgert. Da ging's darum, wie du irgendwas zu machen hast. Ich hab keinen Plan. Wirklich nicht. Aber wir können mir gerne privat schreiben, der, der die Frage gestellt hat. An dem Tag warst du super mad. Irgendjemand hatte dir vorgeschrieben, wie du zu streamen hast, aber wer hast du nicht gesagt. Ah, ich erinnere mich. Okay, doch, doch. Jetzt erinnere ich mich. Ja, ich will... Okay. Ich erinnere mich. Okay, ich erinnere mich. Es ging darum... Ich will nicht zu viel liken. Ich sollte bei einem Event dabei sein. Ich wurde zu einem Event eingeladen, von einem Streamer. Ich weiß auch nicht, was es war. Ich erinnere mich. Ich wurde zu einem... Ah, ist das schon wieder so lange her. Ich wurde zu einem Event eingeladen, von einem Streamer. Ich habe zugesagt, bei dem Event dabei zu sein. Aber... Der besagte Streamer, ohne jetzt... Wie gesagt, kein böses Blut und so. Alles cool. Ich hab gar kein Problem. Null. Ich hatte auch gar kein Problem. Der Gegenseite hatte ich das Problem. Hat mir dann immer ganz klar gesagt und mir vorgeschrieben, was ich zu tun habe. Ich habe in dem Stream auch keinen Kontakt. Null. Also nicht mehr. Mir wurde komplett gesagt, was ich zu tun habe, auch dann so gesehen in meinem Stream. Und das war dann so ein bisschen... Und da wurde mir dann irgendwie gesagt, ja, du musst jetzt das machen, du musst dann das machen, du musst das machen. Wo ist das so... Hey, warte mal. Wer bist du, dass du mir jetzt irgendwie erzählst, was ich zu tun habe in meinem Stream? Ich bin gerne bei dem Event dabei, aber das geht mir schon echt viel zu weit. Und da war ich so ein bisschen mad, weil manchmal frage ich mich, wie die Leute sich das überhaupt rausnehmen, so zu sein so. Es war jemand, es war ein Streamer, mit dem habe ich nichts zu tun. Mit dem habe ich seitdem nie wieder was gemacht. Interessanterweise hat er mich dann auch direkt in seinem Chat gebannt und das war dann auch okay für mich. Das war so sehr... Es war ein Mensch, der sehr gerne die Kontrolle über andere hat, glaube ich. Und das war... War für mich sehr komisch. Sowas habe ich noch nie erlebt. Dass jemand so zu mir war, war sehr unangenehm. Ah, anyway, whatever. Das war komisch. Sowas hatte ich bisher echt noch nie. Und ich bin eigentlich ein sehr pflegeleichter Mensch. Und das war so der Moment, ich so, hä, boit, 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 was passiert hier? Es war Matteo, ja. Seitdem bin ich bei Bonjwa gebannt. Safe Bonjwa. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nicht beam. Nein, 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 nein. Nicht beam. Ich mag beam. Nein, nein, nein. Leute, interpretiert nichts rein. Alles gut. Nicht interpretiert. Ich werde sowieso nicht sagen, was es war. Ich will auch... Ich bin kein Dramastreamer. Ich will kein Drama. Ich bin jetzt so ehrlich, weil ich beantworte eure Fragen. Das ist auch okay. Aber ihr kennt mich. Ich bin keiner, der jetzt irgendwie Drama melken muss und so. Das bin nicht ich. Ich möchte nicht schlecht über andere reden. Das bin einfach nicht ich. Deswegen ist es okay. Ich habe euch das erzählt, was es war. Ich habe euch erzählt, was passiert ist. Aber es ist egal, wer es war. Es ist alles gut. Drama bringt Twitch-Millionen. Das ist okay. Da kann ich drauf verzichten. Daher alles gut. Ist wirklich auch... Ich finde keinem böse. Es ist in Ordnung. Manchmal ist es so, dass man sich vielleicht nicht so gut versteht miteinander und dann ist es auch in Ordnung, wenn man getrennte Wege geht. Und das ist nicht schlimm. Das ist in Ordnung. Ihr müsst auch nicht mit allem gut befreundet sein und es ist auch in Ordnung, wenn man manchmal sagt, weißt du was, wir beide, wir funktionieren vielleicht nicht so gut zusammen und das ist okay. Es ist nichts Schlimmes dran. Und dann lebt jeder glücklich und alles ist okay. Kakao-Dose, lange ihr für die 27? Aber jetzt erinnere ich mich dran, ja. Wohnung oder Eigentum? Irgendwann Roomtour. Äh, Wohnung. Wir leben zur Miete und Roomtour, vielleicht wenn ich den Scheiß dahinter mir weggeräumt habe, weil dahinter ist ein Haufen von ganz viel Scheiß. Irgendwann, ich wollte euch mal irgendwo den Raum zeigen, bisher noch nicht zugekommen. Die gesamte Wohnung, vielleicht. Aber wir haben viele Fotos rumstehen, die müsst ihr dann alle wegmachen. Hier steht ihr beide zum Heiraten. Äh, ich hab keine Ahnung. Natascha? Schatz? Okay, sie ignoriert mich. Also nicht heiraten. Kein Bock. Wir denken hier über Kinder. Wollen wir, äh, keine haben. Wir haben uns gegen Kinder entschieden. Was hat Natascha für einen Beruf? Äh, sie arbeitet, ich darf das nicht falsch sagen. Ähm, sie arbeitet, ähm, im Veränderungsmanagement. Also sie begleitet Abteilungen und so, wenn es um Veränderungen geht. Wenn wir sagen, man eine Abteilung kriegt einen neuen Chef und die kommen alle nicht klar und sind alle, äh, super böse miteinander, dann kommt sie dahin und versucht, äh, die Bogen zu glätten, indem sie Veränderungen mit begleitet. Das macht sie. Yes. Sie hat mal irgendwas in Richtung Change Management studiert. Und Veränderungen, Menschen tun sie sich schwer mit Veränderungen. Menschen sind, äh, Menschen sind, äh, was Veränderungen anbetrifft, äh, vor allem im Unternehmenskontext, äh, ist das immer sehr, sehr schwer. Und sie hat, äh, Change Management studiert. Ja. Gut. Sie hat auch Elo gemanagt, schön wär's, ey. Genau, als, als Mediatorin auch zum Teil, genau, so Workshops und solche Geschichten. Dagegen viel schief? In vielen Unternehmen geht viel schief. In vielen Unternehmen geht viel schief. Viele Unternehmen, ähm, hast du in, äh, in, äh, in, äh, in, äh, ähm, sehr viel, sehr viele Probleme. Und da brauchst du jemanden, der von außerhalb kommt und der hilft, mal zu verstehen, was überhaupt das Problem ist und sowas. Weil, äh, in der, also aus eigener Kraft hast du manchmal Bereiche, die du gar nicht mehr retten kannst, weil alle so gegeneinander und alle so anti sind. Und da brauchst du jemanden, der da ganz frisch reinkommt und auf den die Wut gemeinsam entladen werden kann oft. In wenigen Unternehmen geht nicht viel schief. Deswegen kannst du es gut mit dir. Ja, sie weiß, wie man Leute betreut. Das ist richtig. Sie hat auch Edo Sicht auf Gemüse verändert. Ich weiß zumindest, dass, äh, eine Zucchini keine komische Gurke ist. Genau, sie macht viel Mediation und sowas. Ja, true. So, wir feiern immer mal die kleinen Talks mit Natascha und dir. Leider sind sie zuletzt immer seltener geworden. Wieso? Und sind demnächst kleine Talks mit Natascha und dir geplant. Äh, wir haben uns getrennt. Naja, haben wir nicht. Äh, hat keinen Grund. Einfach nicht ergeben. Müssen wir wieder machen. Müssen wir wieder machen. Ist Natascha auch in Russland geboren? Äh, nein. Ist sie nicht. Sie heißt Natascha, ist oft ein russischer Name. Aber nein, Natascha ist in Deutschland geboren und Natascha hat auch keine russischen Wurzeln. Null. Wie ist Streaming und Partnerschaft Freund, Freundin oder Ehemann, Ehefrau miteinander vereinbar? Zum Beispiel findet man zusammen Zeit. Hat man genug Zeit für die Partnerin? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Natascha ist ein Mensch, die auch sehr viel Zeit für sich selber braucht, genauso wie ich. Ich glaube, deswegen funktioniert es gut bei uns. Wir sehen uns nicht super viel. Sie hat ihren Sport, sie hat ihre Arbeit, ich habe meinen Streaming, ich habe meinen Computer. Ähm, wir versuchen natürlich so viel wie möglich uns zu sehen. Wir sehen uns, äh, wir fliegen jetzt heute Nacht in den Urlaub gemeinsam für eine Woche. Das ist für uns dann mega schön, weil wir uns dann eine Woche lang, ähm, wir sehen uns dann eine Woche lang. Genau, aber ihr könnt, lasse, ihr könnt, ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Wenn ich mit den Fragen durch bin, könnt ihr anschließend Fragen stellen. So, das ist für uns natürlich was Schönes. Wir haben, wir verbringen jetzt eine Woche gemeinsam auf Kreta und verbringen viel Zeit miteinander. Unter der Woche sehen wir uns halt oft mal mittags, wenn sie im Homeoffice ist, dann essen wir was gemeinsam und dann gehen wir mittags auch mal spazieren und dann sehen wir uns, bevor sie zum Sport fährt, nachmittags nochmal und so und dann quatschen wir und machen was. Aber man sieht es natürlich viel seltener als in, sag ich mal, einer klassischen Beziehung, wo beide tagsüber arbeiten und den ganzen Abend dann noch rumhängen. Wir haben halt auch natürlich Leute im Freundeskreis, die genau so leben, was auch okay ist. Die machen jeden Abend was gemeinsam, immer und tagsüber jede arbeiten, abends, den ganzen Abend gemeinsam. Wir verbringen nicht die ganze Zeit zusammen, aber es ist okay, weil Natascha ist jemand, die hat ihren Sport, wie gesagt, ihre Hobbys, ich hab meinen Sport, äh, meinen Sport, da muss ich selber lachen. Ich hab meinen Computer und meine Hobbys und natürlich versuchen wir so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Aber es klappt natürlich nicht so häufig, wie sag ich mal, in einer klassischen Beziehung, wenn du, beide arbeiten die tagsüber und, ähm, sind dann abends zusammen beim Netflix gucken, sag ich mal. Es war früher aber schon vom Stream so. Auch bevor ich streame, ich bin mit Natascha, die Frage kommt, spiel da nochmal, ich bin mit Natascha jetzt seit, ich glaube, 13 Jahren zusammen. Ich streame seit 6. Ich war vorher auch schon so, dass ich abends gezockt hab. Also, das war vorher auch schon so. Ich hab nur nicht gestreamt, aber ich hab genauso abends da gesessen und gezockt. Deswegen, bei uns war es, sie hat mich so kennengelernt. Und so ist okay. Daher, ja. So, so sind wir halt. Aber wir waren immer, jeder hat immer schon so seins auch gebraucht. Und das ist, bei uns beiden ist es einfach so. Und das ist okay, wenn es bei euch nicht so ist oder ihr ein ganz anderes Modell verfolgt. Das ist vollkommen okay. Es gibt nicht richtig oder so. Solange man glücklich ist, ist es scheißegal, wie man lebt. Solange man keiner anderen schädigt natürlich. Obviously. Hast du Tipps, wie man eine glückliche Beziehung führt? Ja, indem er genauso lebt wie wir. Scheiße, warum kommt denn diese Frage? Da hat er ja nicht gerechnet. Scheiße. Natascha, was machst du hier im Chat? Schlechter Augenblick. Bei der Frage, in den Chat zu kommen. Hast du Tipps, wie man eine glückliche Beziehung führt? Einfach den anderen respektieren. So, fertig. Und der Rest ergibt sich einfach aufgrund dessen, wie der Mensch halt am Ende ist. So, Menschen sind verschieden. That's it. Yes. Passiert, Lasse. Kann man neu kaufen. So, weiter. Wenn du dir ein Tattoo in Weger stechen lässt, welches Motiv wäre das? Yo, Leute, seriously. Ich habe mir echt überlegt, ich werde es vielleicht nicht in Vegas machen, aber ich wollte immer ein Tattoo haben. Ich habe noch kein Tattoo. Ich habe mir echt überlegt, ob ich mir fucking Matt stechen lasse. Irgendwo hinten aufs Schulterblatt, wo es keiner sieht, weil ich nie mein T-Shirt ausziehe. Aber ich habe mir echt überlegt, ob ich mir einfach irgendwann mal Matt einfach nur klein tätowiere. So, den Matt, wie der da tanzt. Ich habe echt mal drüber nachgedacht. Vielleicht mache ich das. Weil, keine Ahnung. Ich wollte immer ein Tattoo haben. Ich hatte nie etwas, wo ich gesagt habe, so, ich weiß nicht was und wie und ich habe irgendwie überlegt, vielleicht werde ich es irgendwo machen. Einfach so einen kleinen Matt irgendwo hin, weil ich immer eins haben wollte. Yes. Vorsicht, Allergie. Ich weiß, ich muss mich vorher checken lassen, ob ich die Farbe vertrage oder nicht. I know. Ich muss mich vorher checken lassen, wie ich die Farbe vertrage. Aber, wenn, wenn ich eins mache, es ist, ihr kennt mich, Augustliste. Wenn ich eins mache, dann wäre es wahrscheinlich ein kleiner Matt irgendwo. Tattoo, warum? Warum nicht? Ich habe noch keins. Einfach mal ausprobieren, wie es so ist. Schauen wir mal. Wir haben Rimmel Porn. Yes. Aber wie gesagt, es ist jetzt, es ist nur rein hypothetisch, wenn ich eins stechen lassen würde, welches wäre das? Red. Wir haben Rimmel Porn.